Speaking of, weißt du, sag ich, ne, und dann vergesst du wieder aufzunehmen. Hier, ich hab, äh, nicht wundern, dass hier so ein kurzer, krasser Patch ist. Ich hatte hier einen fahrenden Händler, der versucht hat, äh, einer meiner Hauswand zu powerdriften. Den wollte ich behalten und dann ist er despawned, also, ja. Ein bisschen doof. Dann, ja, ich baue mir grad so eine Brücke hier, so hier rüber, so einen kleinen Vorgarten, da soll er nachher ein Leuchtturm hin. Queen of Thoughtland. Moin, moin. Ja, das Haus ist ja noch in Arbeit, genau wie der Keller hier. Ich glaube, ich baue das hier schon zum fünften Mal um. Mein netter Warzenkeller. Aber ich hab jetzt hier ne, ne Shortcut, äh, zu, zu meiner Bodenbude. Zu meinem Kellerkeller, wo ich halt noch pennen muss, solange ich halt, ne. Ich krieg manchmal, schlicht und ergreifend, nicht mehr aus meinem Bett. Schlimm ist das. So, ja, ähm, speaking of Nuggets, äh, denen geht's immer noch gut hier. Nuggets zwei bis sieben sind immer noch happy wie sonst was. Manchmal mehr als ich, ja. dieses Wasserbecken spricht, glaube ich, für sich selber. Entweder finden die es supergeil, oder Nuggets zwei bis sieben haben absoluten Brain Damage mittlerweile. Das Höllenhähnchen hat es tatsächlich geschafft. Ich hab kurz hier die Tür aufgelassen. Hier auch, bin ich in die Hölle. Auf einmal kam mir dieses Vieh hinterher. Also, Höllenhähnchen ist jetzt irgendwo, guck, vielleicht finden wir ihn ja gerade mal. Höllenhähnchen ist irgendwo hier. Müsste hier irgendwo rumflimmeln. Fucking. Ach, ne. Ich erinnere mich. Höllenhähnchen ist, äh, ist hier reingegangen, kam mir hinterher, ist ins Feuer gegangen und gestorben. Stimmt, das war das. Das war die gesamte Story von Höllenhähnchen. Hatte die Schnauze voll vom Leben und ist, äh, hier irgendwo ins Feuer gelaufen. Das ist was. Die Namen für die Hühner sind aber echt mega gut. Ja, äh, Nugget, ne. Das sind halt Nuggets zwei bis sieben. Das hier ist halt, äh, True Nugget. True Nugget wird halt immer leben. Ähm, Majima haben wir hier. Makoto sitzt da. Keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist. Ich meine, sie saß immer hier. Aber gut, da wollen wir recht sein. Äh, dann habe ich mir eine super krasse Angel gemacht. Die super krass ist. Mein Inventar sieht, by the way, aus wie Müll. Also nicht wundern. Äh, was habe ich sonst gemacht? Eigentlich nicht viel. Achso, ja. Nugget, darf ich durch? Nein. Okay. Die Außenwelt ist, äh, kein Ort für ein noch nicht voll ausgebildetes Nugget. Ach ja, stimmt. Äh, was ich euch auch erzählen muss. Äh, eins meiner Pferde ist eingeschmolzen. Du hast dein Pferd geschmolzen. Der fucking, was ist denn der fucking jetzt? Wurde wohin gefragt? Kommt die Dipschitz noch mal wieder? Hä, wie, Banditen oder? Ja. Die mögen dich echt. Nee, ich merke schon. Aber gut, immerhin hat er mir einen Banner hinterlassen. Kein Wesens, äh, Zeichen setzen. Ein weiteres. Meine Güte, ich muss diesen Baum bald größer machen, wenn das so weitergeht. Hat! Vor allem die Spawner in Orten. Ah ja, mein Pferd eingeschmolzen. Basically, ich hab dieses, äh, eine Dorf noch mal gesucht, was wir im letzten Stream gefunden hatten. Da wollte ich eigentlich, äh, Karotten ein, äh, eintauschen. Aber, hab ich nicht mehr wiedergefunden. Also bin ich zurückgeritten. Und, äh, bin hier ein bisschen, ähm, am Berg vorbei geslow driftet. Und, äh, ja, Lava. Goodbye. Ich hab's überlebt, also. It's me, goodbye. Oh Gott. Nee, 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 nee. Ich weiß, ihr könnt das grad nicht hören, aber draußen quäkt so eine mega Fußhupe rum. Ja? Ja, mit Fußhupe mein ich so ein, was manche Leute Hund nennen, also. Weißt du, alles, was ich werfen kann mit einer Hand, ist kein Hund. So, äh, ja, back to basics. Ich wollte einmal noch eine, ähm, eine gewisse Ecke mal erkundigen, weil ich da noch nicht so richtig lang gegangen bin, weil mir das mal so aufgefallen ist. Ergo, ich mach jetzt mal soweit alles ready, dass wir einmal auf den Trip gehen können. Möglichst nicht in der Höhle, weil Höhlen sind irgendwie so, I don't even know. Ich brauch einen neuen Helm und meine Rüstung ist auch ziemlich arsch. Ach, aber ich denke mal, wir, wir überleben diesen Trip. Ich bin da zuversichtlich. Jetzt haben wir auch noch. Äh, die Pack-Kack-Äxel passt auch. Ich komme zu den Türen. Die Angel nehmen wir mal just in case mit. Ah ja, ich hab unterwegs noch mal ein paar, äh, Dias gefunden. Ein paar ist gut, ich hab wieder 19. Äh, was? Haben wir ihn schon wieder die Nachbarn geäckert? Ja, weißt du genau, wo man's gesagt hat, von wegen, ne? Ich komm, ich mach mir schnell eine Eisenspitzhacke. Genügt. Ja, für unterwegs reicht eine Eisenspitzhacke. Muss ich jetzt nicht, äh, next level gehen, ne? Plötzlich so mitten in so einer Graslandschaft, oh, ein Diamantblock. Ja, so out of nothing, ne? Mhm. Das hätten sie jetzt nicht erwartet. Damit hat er nicht gerechnet. So ein Loser. So. Was meint ihr? Sollen wir Apollo 14 mitnehmen? Ne, 15. Apollo 18. So, warte, ich werd einmal kurz, äh, sie haben ihn gehasst, dafür, dass er die Wahrheit gesagt hat. Kaffee ist einfach nur Bohnensuppe. Ne, was meint ihr? Sollen wir Apollo 15 mitnehmen auf den Trip? Mein Apollo 15 ist ziemlich langsam. Aber ich kann mit ihm mehr schleppen. Was meint ihr? Sollen wir ihn mitnehmen? Einfach brennt, ist irgendwo scheißegal, ne? Sie meint, es ist Apollo 15. Haha. Kiwi sagt ja. Apollo 15 ist was? Mein Esel. Oh noi. Das ist ja auch ein Hühnchen. Ne, nicht alles, bei mir ist ein fucking Hühnchen. Ja, nimm ihn mit. Okay, gut, dann nehmen wir ihn mit. Two Adventures. Apollo 15. Entschuldigung, dass ich dich gestreichelt habe. Oh mein Gott. By the way, mir haben Leute auf Twitter geschrieben, von wegen, ich soll den Esel mit einem, mit einem Pferd paaren. Na, steht daraus ein Maultier? Ja. How does one do? Ähm, um die zu züchten, brauchen die Goldäpfel oder Goldkarotten, soweit ich weiß? Goldäpfel, ach du scheiße, Luxus-Kreaturen hier. Ja, ja. Okay, geil. Ja, geil. Apollo 15, du, du weißt, wofür gut ist. Ah, cool, noch einen Hund, ja. Ich brauche unbedingt noch einen Hund. Ist doch nicht so, dass ich eine Armee davon bei mir zu Hause habe. Meinen denn nur, ne? Boah, Apollo 15, bist du geschnappt, Weißt du, sonst hat man immer gedacht, oh, boah, ein Hund, toll, toll. Und der ist ja immer so, Digga, ich habe zwölf davon zu Hause. Er bringt schneeweiße Affen auf China. What the fuck? Was ist das denn hier? Halt's mal an Apollo 14. 15, 12. Ja. 93. Noch ein Doggo. Ich bin gleich wieder da, bei uns gibt es das Essen. Yo. Tudu. Alter. Doofes Vieh? Das sieht hier auch sick aus. Ich war hier noch nie wirklich, ich habe mich nie wirklich umgeguckt. Ach, guck mal, Jacuzzi Creeper. Wow. Ist an sich ein nicer Ort hier. Warum war ich hier noch nie? Hä, ich war mittlerweile immer zu sehr damit beschäftigt, irgendeinen anderen Blödsinn zu machen. Ich wünschte, ich könnte euch mitnehmen, ne? Ich würde zu gern wirkliche Alpakas mitnehmen. Aber ich glaube, ohne Leine kann ich mir das echt in die Haare schmieren. Ich meine, ich habe Goldäpfel einfach so, die habe ich bei mir in der Kiste rumliegen. Keine Ahnung mehr, wo ich die hier habe. Meint, der habe ich irgendwo gefunden. Mann, oh, geh doch da hoch, Oh boy. Apollo 15 macht alles ein bisschen chunky. Ja, stimmt, Kuchen. Ganz vergessen, dass ich auch Kuchen herstellen kann. Ich meine, Kuchen herstellen, schön und gut, aber why? Ich meine, ich habe so viel fucking Nahrungsmittel bei mir rumliegen. Ich meine, ich habe ja, ich züchte ja nicht mal Schweine, weil ich mir denke, so warum? Oh, Village. Village People. Grüße aus dem schönen Hessen. Oh ja, Mensch, moin moin. Ohne Schaf, nice. Weiße Pferde. Hauptsache im Dorf. Habe ich gerade irgendwie was mal, ich muss mal kurz Apollo 15 parken. Wo parken wir den denn am besten? Gatsche. Kein Bock, dass er mehr wegläuft. Am Ende des Tages brauche ich ihn doch noch. So, äh. Jumay. Ne, das ist doof. Ich habe eine bessere Idee. Fucking hell. Kann ich Apollo 14 in den Brunnen packen? Ich habe, das ist nicht die beste Idee. Oh, warte, ich habe die Idee. Sorgt dafür, dass er sich direkt wie zu Hause fühlt. Ja, geil. Das ist, äh. So, da bleibst du jetzt. Problem solved. So, was habt ihr? Kommt mal an hier jetzt. Ihr habt doch bestimmt irgendwas, was ihr tauschen könnt. Gut, dann macht halt, was ihr wollt. Ich finde euch auch so. Ich glaube, ich habe euch heute ein Zeug. Fang mit deinem Zeug an hier. Das ist so ein Rapper. Äh. Tür bleibt auf. Äh. Ich finde es immer geil, wie die Dorfbewohner hier so basically in nichts leben. Ach, die Glocke heißt Alarm. Mir hat man mal gesagt, damit kannst du die zusammenrufen. Ich bin mir mal ein Heu. Töger, 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 töger. Hoi, hoi, hoi. Hm. Spuder. This is bug meat. Äh. Ah. Ah. Hey, na hier. You may leave. Meine Güte. Meine, ihr habt Golems, I know. Wir müssen auch mal Golems zulegen. Digga, du hast ein, du hast sogar Teppich, ne, aber nix außerdem. Oh. Ja, Typ hat einen Teppich, aber sonst einen Balkon. Au. Wo man sogar easy runterfällt. Und ein Hausschwein haben sie auch. Das ist ein beschissenes Dorf. Ne, das mal so, ne? Mit Hackerlöker. Der Hackerlöker stellt sich heraus, das ist eine ziemlich beschissene Axt, doch. Einfach, weil das Ding hat an sich, er hat an sich Reparatur, was voll praktisch ist. Aber weil es halt, äh, diesen anderen Punkt hat, ist es irgendwie, voll shit. was willst du denn? Das ist dein Gesicht. Komm, ihr werdet ja wohl wenigstens irgendwie mal Emeralds haben oder so. Was macht er hier eigentlich? Also, er sah irgendwie viel zu groß für sein Bett aus. So, äh, Fazit, euer Dorf ist mal richtig scheiße. Meine Güte ist euer Dorf scheiße. Ihr habt ja gar nichts. Gar nichts, außer ein großes Zombie- und Insektenproblem. Hast du was? Nee, du, du wohnst hier nicht mal. Du hast Leben durchgespielt, du brauchst nicht mal sowas wie Bett. Ist dir noch mehr? Nope. Ich meine aber gut, dass ich vorher den, äh, Deepav entfernt habe, sonst hätten wir jetzt hier ein Problem gehabt. Wobei, dieses Dorf ist an sich so unbedeutend, das wäre ja nicht mal, wenn ich mal tragisch gewesen. Wahrscheinlich viel schlimmer, dass der, dass der Zombie hier gerade deren fucking Ernte kaputt macht. Ja, irgendwie, äh, Leute, euer Dorf ist scheiße. Ja, laber du mal. Ich, 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 ich esse kurz Kartoffeln, ja. Geil, es regnet es auch noch. Ach, komm, weißt du was? Apollo 14, wir hauen, äh, 15, 19, 12, 35, wir hauen ab. Wir hauen ab. Das Dorf sucked. Was ist das Dorf ist für ein Arsch. Nice. Brr. Das ist aber echt ein beschissenes Dorf, also, das ist nicht ein fucking Emerald. Geh doch mal. Generell, ich hab's irgendwie das Gefühl, meine Welt ist irgendwie manchmal ein bisschen shit. Ich mein, jetzt haben wir hier Wald, wir haben Wald, und sollte uns irgendwann das Holz ausgehen, haben wir immer noch Wald. Hey, Manni. Wow. Eine Bande von Skeletten, eine Bande von Wölfen jagt ein Skelett. Das ist immer witzig anzusehen. Oha. Die waren aber pifig. Die haben das aber nicht gemocht. Geil, Könnten wir den, können wir Regen nicht machen? Ich hab mir das Gefühl, Regen und Apollo 15 vertragen sich nicht. Oder ist sich daran, dass immer noch mehr Wald ist. Ja, der ist aufgewacht. Oh, ich hatte heute Morgen auch eigentlich, ich hab's auch nicht, ich hab richtig brutal geschlafen einfach. Kann doch nicht wahr sein. Super, nochmal so ein Blumenbiom. Oder? Ja, so ein, da hab ich schon mal gefunden. Ich glaub, wir haben in die komplett andere Richtung nochmal genau dasselbe. ist halt genau dasselbe. Fuck. Die Richtung hier ist, kann doch nicht mehr angehen. was haben wir hier, weißt du, für Blumenfans haben wir hier alles. Aber wir finden absolut nichts Interessantes. Geschleif, wo ist der Tag in die Hose gehen können. Äh, hä? Apollo 15? What the fu- Hä? Wo ist dieses Vieh? Wo ist es hin? Ich höre ihn. Hä? Nanny? What the fu- fuck? Ich kann ihn hören. Ich hab ihn eben gehört, aber wo ist er? Nee, tot war er nicht. Aber endlich mal ein Meer gefunden. Hä? Wo ist dieser motherfucking Esel? Ah, fuck it. Weit kann er nicht gekommen sein. Wisst ihr was? Wir gehen erstmal ein bisschen weiter. Wir brauchen diesen Esel nicht. So wichtig ist er nur wieder nicht. Und auf dem Rückweg müssen wir hier sowieso wieder hin. Also von daher. Ja, Apollo 15 used instant transmission. This donkey is gone. Oh ja. Ich vergesse mal, dass ich Schuhe hab, wo Wasser einfach super machen. Das ist einfach so eine Insel. Ich sollte vielleicht aber auch echt mal irgendwann anfangen, Karten mitzunehmen. Ich used to ban and I've never seen again. Ja, weißt du, Apollo 15 ist mir scheißegal. Ich finde einen anderen Esel und nenne ihn Apollo 17, whatever. So wichtig ist er jetzt nur auch. Nicht? What the fuck? What the fuck? What the fuck is that? Da hinten, was das ist, weiß ich noch nicht ganz. Das ist ein Schirfsfrag? Ist das ein fucking Eisberg? I don't care. Es ist Apollo 15. Was macht dir da so ein Problem da draus? Ich würde gerade so sagen, ob das Vieh wichtig war. Ein fucking Esel. Eisbiom? Sick. Und ich glaube, ich habe ein Stück der Titanic gefunden. Oh, Jackpot. Ich muss noch ein bisschen gucken. Alles mitnehmen. Ist auch noch mehr? Oh, warte. Den Trick kenne ich. Oh, geil. Eine Schatzkarte? Eine Schmatzkarte? Und Papier. Aber Papier kann ich auch so herstellen. Schatzkarte? What? What? Fuck's that. Ich will mir erst mal... Erstmal will ich wissen, was da ist. Sieht alles so interessant aus. Wir haben endlich mal was in dieser Welt gefunden, was interessant ist. der Fisch versucht. Oh, oh. Nice. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nee, nee, nee. Sackgesicht. Was zur Hölle? Level up. Ihr Jungs, gurgelt mir ein bisschen zu viel. Fuck. Irgendwie ein Meeresgrab gefunden, oder was? Nice. Das ist eine resistente Biester. Irgendwie so eine Art Unterwasser. Was ist hier passiert? Oha, hi. Was hat er denn da? Hat der eine Muschel? Oh shit, ihr seid eine Menge. You are many, you are Legion. Ich hab schon verstanden. Ich mein, mit Durchschuss geht das echt easy mit euch. Oh, ihr spawnt mir hier ziemlich viel. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich bin jetzt nicht wirklich ausgestattet dafür, unter Wasser unterwegs zu sein. Scares me. Oh, Brox. Danke für den Sub, mein Dude. Oh. Oh, see. Oh, I see. Da ist Nautilus. Wieso kann ich Nautilus nicht mit... Ah. Spawnt ihr hier irgendwo? Wir brauchen dann die vier Hits. Ich glaube, es ist ein Wassertempel. Oh je. Legend of Zelda Vibes. Machen wir mal das Ding hier weg. Oh, bingo. Have to watch out, though. Shit. Ich find's halt geil, dass hier überall Magma-Blocks sind. Ich mag die Dinger, ja? I let you know. Hey, stopp, Peter! Danke für den Sub, mein Dude. Noch eine Schatzkarte. Oh, äh, fuck. Uh, jei! Ich sollte echt aufpassen hier. Miau. Kohle? What? Noch eine Schatzkarte. Fuck the slabs. Uh. Au. 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 Ich find's schön, dass erst meine Lunge verkrampft und dann meinen Körper nachgibt. Das ist, das ist sehr schön. Was sind das für komische Steine hier? Schicker Tempel. Oh, stimmt die Dinger an. Die erinnere ich mich hier. Die brauchen nur ein halbes Jahrhundert zum Abbauen. Nice. Ich find hier so viel neues Zeug. Warte mal, kann ich nicht einfach... Ich kann so einfach... Okay. Scheint alles gewesen zu sein. Oh, ne, warte. Hier ist noch ein Punkt. Ich mein, ich mein, ich hab Kugelfische bei mir zu Hause. Ich könnte, äh, Unterwassertränke bauen. Unterwassertränke bauen. Weil ich schon dabei bin, kann ich mir auch gleich einen Duden besorgen. Ich mein, sobald's dunkel wird, hab ich hier sowieso ein Problem, weil dann seh ich sowieso einen Scheiß. Aber gut, ich denke... Ja, ich hab jetzt jede Menge Schatzkarten. That's nice, I guess. Aber ich keine Ahnung hab, wie die richtig funktionieren. Ich sag's mal, ich sollte ne richtige Karte mitnehmen. Also ne richtige Karte. Neo Metal, danke für den Sub, mein Dude. Weißt du, dass du schneller schwimmen kannst? Kann ich? How does one do? Das find ich echt cool, ne? Haben Eisberge irgendwas Tolles an sich? Außer, dass es Eisberge sind? And it's slippery. Sprinte unter Wasser. Hm. Das hat irgendwie nie was gebracht. Polierter Granite, das brauche ich jetzt nur nicht unbedingt. Ich muss mal grad'n bisschen aussortieren hier. Hm. So, ich zu Hause genug. Ja, genug zu Hause. Ich will hier mal angeln. Mal gucken, was man hier findet. Ich will hier kurz meine Ruhe ab. Ihr könnt zusehen von mir aus, ist mir egal. Was wird das denn, du? Ich hab'n Eisberg gefunden. Oh, guck mal, so ist so ne Nautilus Muschel. Nautilus. Nick of Legends Held. Äh. Und dann noch mehr von diesen Unterwasser Fischmännchen. Sieht fast danach aus, ne? Hä? Uh. Tropfisch. Beziehungsweise die Titanic ist da hinten. Ein Stück davon zumindest. Und ja. Ach, durch Fackeln schmilzt Eis. Ach, was. Ach, was. Okay. Fair enough. Gut, wir sollten mal gucken, ob wir doch nochmal Apollo 15 wiederfinden. Oh, stimmt, ja. Polo 15 war irgendwo hier an, an Land. Müsste zumindest. Drück mal F5. Was passiert dann? Das Leben hat mir gezeigt, frag erst, was passiert. Dann do it. Ich weiß nicht mehr, was ich weiß nicht mehr, was F5 eigentlich tut. So much more Doku. Third Person Ansicht. Ach so, ja, nee, das weiß ich, dass man denn tatsächlich schwimmt. Sieht ziemlich funky aus. Sieht ziemlich funky aus. Dann gucken wir mal, ob wir Apollo 15 wiederfinden. Wenn nicht, ist nicht tragisch. Er hätte jetzt nichts bei sich gehabt. Aber wichtig war er eh nicht. Aber gut, wir haben so ein bisschen was aus der ganzen Sache rausgeholt. Auch wenn ich jetzt noch nicht wirklich eine Ahnung habe, wofür die Nautilus-Muscheln gut sind. Habe ich nicht noch was anderes? Nee, verrottetes Fleisch. Ich habe doch noch was anderes aufgesammelt gehabt. Ziegelsteine. Ach so, die können wir auch selber machen. Wir haben jetzt mehrere Schatzkarten. Wo ich keine Ahnung habe, wie die funktionieren. Oh, mir versteht auf einmal. Ja, mir fängt an zu verstehen. So funktionieren Schatzkarten. Apollo 15? Meld dich oder ich gehe ohne die nach Hause? Das ist eine Kuh. You know what? Apollo 15 kann mich mal. I don't fucking care. Ich kann Schatz suchen. Wäre nur schön, wenn die Karte nicht so... Thanks. Warte mal, da geht's so. Also muss ich in die Richtung. Oh, ah! You may not. In die Richtung? Soll ja aber viel Wasser sein, so wie es aussieht. Soll ja aber viel Wasser sein, so wie es aussieht. So ein Indikator, ob man oben oder unten richtig geht, wäre nice. Das fühlt sich nämlich gerade... ...mad falsch an. Meine Güte, Kinders. Oh, Kinders. Kinders, Kinders. Geil. Ich liebe mein Schwert, was mich selber verbrennt. Kann der Typ mal wenigstens bitte seine fucking Hand stillhalten? Oh! Getting closer. Oh! 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 ich muss in die richtung er ist interessant der der punkt dass wir apollo 15 im grunde verloren haben also komplett verloren ist mittlerweile komplett egal jetzt haben wir ein pfeil jetzt jetzt kochen wir mit gas guck mal guck mal jetzt willst du wieder jetzt wo ich hier wo ich vorm jackpot stehe typisch apollo 15 blödes misstvieh weißt du ohne dich wäre ich viel schneller ohne dich wäre ich jetzt schon beim schatz wahrscheinlich jetzt wo ich ihn aufgegeben habe tanzte wieder an das ist mir ja typisch wo warst du überhaupt die ganze zeit du dumm fick typisch aber gut ich würde lügen wenn ich jetzt nicht sagen würde dass der extra platz mir nicht gelegen kämen würde und das soll jetzt hier irgendwo sein somewhere beyond the sea natürlich ein bisschen wof hier in die richtung er macht das ganze nicht leichter total total ja da ist wieder der lag in dem offline spielen das ist nice bist du weiter polo von 10 ist mir scheiß egal was du denkst kommst du eh nicht wirklich weiter ohne mich also von daher cool hier ist sogar kohle ich glaube meine schaufel geht er kaputt muss irgendwo hier sein jetzt wäre ich so jetzt wäre ich so genau drüber ja 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 war hier was falsch so meist nur unter sand das kann ja nicht viel sein ich bin ja jetzt genau runter es nervt hat nur dass ich so elendig langsam abbaue er gleich mal eine schaufel kaputt ich bin jetzt plan b schnauze machen wir das halt so ganz einfach ja problem soft zeigt ungefähr an ungefähr ist so eine sache ungefähr finde ich jetzt nicht so cool wo wo diamond war da auch bei reis okay war man damit einmal platz machen für das sofern wir gar nicht mehr dabei die schatzkarte schlug trosset in die trache brauchen wir nicht mehr das ist dieselbe schatzkarte trosset in die trache was mit der hier ist dieselbe trache so erkennt welchen dann müssen wir auch nicht auch nicht kann auch in die tonne haben wir genug zu hause ich nehme die rüstung jetzt einfach mal mit nein wie kann das sein dass ich dreimal dieselbe karte findet das kann es doch nicht sein oder ich gucke nur noch mal ja das ist das ist derselbe schatz das ist doch betrug das ist doch betrug ist das ist alles derselbe scheiß ich will ihm aber gerade ungern zeug mit geben wo ist denn jetzt schon hier gut ich mein weißt du was ich gebe immer zeug mit wo ersetzbar ist machen wir es mal so ich gebe ihm zeug mit wo ersetzbar ist ich habe noch die fresse ich kann ja doch so ein bisschen so mehr eis so mehr eis gott ist das viel eis ich hab da nichts gegen i like eis was ich nicht mag ist apollo 15 der sich nimmt wie eine kleine schlampe so schildenkröten ganz viele schildenkröten aber ich komme hier sowieso nicht wieder hin zurück so ja mit den helmen ist mir auch bekannt von den dingern aber da bleibe ich jetzt hier nicht was ist jetzt ein herz des meeres das klingt ein bisschen als ob ich dem herz einfach mortal dem mehr einfach mortal kombat style das herz rausgerissen hätte getting sick of your bullshit holy shit also eis biome so haben so gar nix außer eis uh das ist ein boot found boot das heißt wenn du hier runter gehst was solls Türen 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 unter Wasser Fluch der Bindung was ist das für ein Müll warum nehme ich Karotten mit ich brauche das ist alles Müll Akquisator bauen mit dem du unter Wasser atmen kannst sick weniger sick ist dass dieses boot absolut scheiße ist das ist die selbe Truhe ne seltsame Suppe oh ja boah yeah das ist das was ich jetzt brauche eine seltsame Suppe was macht es wenn ich die trinke passieren dann seltsame Dinge mit mir schnauze was man mit euch Viechern echt nix anstellen kann ne was wasser angeht ist das Lava oder wow das sieht cool aus ist schon wieder Nacht vor allem die immer so langsam sollten wir mal zurücktraveln Bindungsrüstung kannst du nicht annehmen bis du stirbst oder kaputt geht weißt du das und dann hat die nicht mal gute Sachen also ein Müll Aua What to wish gut gut es war an sich eine gute Ausbeute oh shit tja so einen geilen Wurfarm hast du dann doch nicht ne an die Wand gepinnt der Apollo 15 ich sag's dir ne ich hau dich gleich mit dem Stock schwarzpulver und meine Pfeile bleib mal kurz hier ähm gib mir mal deinen Sand ich muss mal kurz Wein brechen ich geh doch nicht ins Wasser du ok hier seh nis komm lass abhauen äh compass there we go wow ich sag ja irgendwann renne ich einfach mal so eine Schlucht runter und bin tot es wird noch passieren dann sag ich euch ah ich bring rein es tut schon weh gut also wir finden wir haben rausgefunden Schatzkarten sind geil die bringen good shit uah what the fuck was ist mit dem Wasser da los gewesen sag mal richtig merkwürdig aus hm achso komisch farbige Schafe unbekannte Lichtquelle ever been in this place before higher on the street oh ne das ist einfach nur Lava es ist einfach nur Lava traue niemals dem Licht Harry traue niemals dem Licht niemals oh das ist eine Schlucht ne ja geil äh es ist äh das Spiel will mich wieder umbringen oh ey Pumpkins Gott die sollen voll selten sein äh schon fast wieder zu Hause ach das ist die Schnauze aber wisst ihr was wir werden gleich mal wir gucken gleich mal wie so ein Maultier aussieht ne aber ich bin da jetzt selber neugierig uäh grundsinnig so das nervige halt an Apollo 15 ist das Ding ist breit wie sonst was äh so wieder da weh weh was geht ab was geht ab ich hab äh Schätze gefunden oh pretty lit shit und ich hab Apollo 15 wieder gefunden du hast dich verduren ja ich bin irgendwie in Wasser gefallen how did you do that ich bin runter gefallen von ihm und auf einmal war er weg bin ich später wieder gekommen und dann war er wieder da well that shit aber auch nur wo äh als ich gesagt hab so hier ich hab ich hab ne Schatzkarte gefunden dann wollte er dann auf einmal wieder dabei sein und dann hab ich äh nen Schatzkarte gefunden mit ziemlich geilen Sachen with pretty lit shit Aua Aua Bäh Oh eiskalte Fritz Cola geil äh Fritz Cola ist der beste Shit ich weiß nicht ich hab in letzter Zeit äh voll den Trip hier nach Fassbrause Oh Fassbrause ist auch gut besonders die mit Zitrone die ist so tasty und Apfel die es gibt mittlerweile ja auch eine mit äh mit Maracuja Ich glaub Maracuja wär mir zu sauer ich weiß nach ich bei Zitrone aber ist die nicht mal tatsächlich nicht? ne it's pretty pretty lit they were legit nice ja ich hab da so die haben mehrere Sorten gehabt und dann hab ich einfach gesagt so oh ja komm weißt du nimmst du von denen wo für dich interessant klingen nimmst du einfach mal jeweils welche mit Sounds gut ist das das Dorf wo ich jetzt die schon wieder ich merk schon dieses Dorf hat ein ein Yakuza Creeper Problem ey 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 ich wollte ihn nur beschützen okay das ist es nicht mal wert der typ ist wertlos wie hulle ja ich glaube dann war das ja das beschissene dorf beschissene dorf was nicht weit von zu hause ist speaking of zu hause das wäre jetzt gerade wieder so eine richtige meme szene gewesen weißt du folgendes passiert ich stehe auf meinem tempel und will gerade da das dach weiter bauen plötzlich kommen die phantome weil ich schon ewig nicht gepennt habe ich so easy ich mache euch locker fertig und ich schieße dann quasi auf den ersten habe ich den auch genau im visier und weiß okay den werde ich auf jeden fall treffen dann leckte server die ich verpasst den ersten pfeil ist okay so dann schließlich in den zweiten pfeil der fliegt richtig lag geradeaus trifft aber das erste phantom das zweite phantom fliegt an mir vorbei kickt mich um ich segel erst mal 10.000 kilometer nach unten lande habe noch anderthalb herzen und dann war ich noch total konfidentie zu kämpfen bekämpfen und plötzlich war ich dann halt so weit runter was leben angeht und dann würde ich im hintergrund einfach notated love am spiel von wegen so now i feel i've got to run away und dann bin ich einfach schnell in mein haus gesprintet willst du keine perlen perlen was für perlen was sind perlen also ich weiß was perlen sind aber was willst du mit perlen so apollo 15 du darfst ausnahmsweise i fucking hate every one of you oh ich kann dir ein scharmen da 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 i got to them to run away alter nein geh weg da ist die phantom haut alter warum ich stand hinter einem fucking zaun ich hasse creeper ne every fucking time jedes mal wenn ich zu meiner bude will kollateralschaden es ist zum kurzen every fucking time ich mache es mir ja echt bald zur aufgabe nur noch alles mit diesen büschen zuzutapezieren und dann komme ich ja selber nicht mehr durch kripa speaking of creeper ich sehe es ja kommen jetzt hängt hier schon wieder irgendwo einer bei meinem haus rum während es in meine bude schneit aber gut das ist passiert ich bin ja immer noch der meinung dass wenn man creeper mit feuer fallen abschießt dass diese sofort explodieren sollten weil ihr körper mit schießpulver gefüllt ist ja basically ja ich will dass das ist jetzt mein 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 prädoyer an mojang ich möchte gerne dass creeper sofort explodieren wenn man sie mit so einem pfeil betrifft wobei wenn dann zerstörung an ist das ist nicht so gut wobei wenn sie den abgeschossen sind so gut aber immerhin hat sich das halbwegs gelohnt das ganze meine rüstung ist für den arsch nur noch meine hosen sind da und meine schuhe zwei diamanten weißt du was ich glaube ich mache mir auch ein diamant panzer aber wie viele diamanten bräuchte ich dafür noch mal acht für diamanten rüstung 1 2 3 4 5 6 ja acht also für den brust panzer brauchst du acht ein anderer plan für die schuhe brauchst du vier für die hose brauchst du sieben so diamanten harnisch für den hut brauchst du fünf ne warte äh kommt in die kiste hier neben die vergammelte kartoffel so herz des meers ich hab dem herz quasi einfach das dem herz des meers aus der brust gerissen ja das macht so sinn äh genau laris brauche ich ach ne ich wollte noch ähm also mal sehen ich hab ne geile spitzhack und ich hab ne geiles schwert mach ich mir jetzt ne geile schaufel und ne geile axt so fange ich mal langsam an mir ne vernünftige rüstung zu machen aber stell doch ein diamanthelm ist viel besser ja aber guckt euch das an fucking goldener helm looks lit as fuck und looks like link was der auch so da habe ich auch prismakristalle ich muss mir erst mal gucken was ich jetzt alles machen kann mit dem neuen zeug was ich gefunden habe so viel zeug da jetzt mitgenommen aus der ganzen sache hat sich richtig gelohnt äh genau lapis musste ich mal ich noch irgendwie ja ja groß böse wasser affinität warte mal nochmal wasser affinität weiß das grad einer wasser affinität wasser affinität äh wasser affinität heißt glaube ich dass du dich schneller im wasser bewegen kannst ich bin mir nicht ganz sicher ich bin schon wieder so ein bekloppten händler wobei ne das war glaube ich wasserläufer haltbarkeit 3 feuerschutz explosionsschutz how could you say ne aber weißt du was wasser affinität besser abbauen unter wasser uh auch nicht schlecht weißt du was das war das weißt du was und explosionsschutz 4 nice das ist ein geiler goldhelm und ich hör draußen nur ein fucking händler ich nehm mal kurz meine kohle mit und also mit meiner kohle meine ich mein geld guck mal was wir da anstellen können da oben ist er hi magst du meine bude in ruhe lassen blowstone ah du verkaufst auch nur müll das ist sehr schön du bist jetzt schon der wievielte fahrende händler der einfach nur wertlos ist was ist wenn ich dich umbring passiert eigentlich nichts ne wie viele dogos hast du eigentlich ich hab ein paar so lama krieg aus irgendeinem grund gerade richtig beschissenes internet und ich weiß nicht warum wow pfff alter spitter gut im sinne es ist meine gegend hier oh aber ich hab das seil dafür bekommen ich hab seine leine dafür weil ich das gewusst hätte ich schon früher angefangen diese fahrenden händler umzubringen wollen wir mal scheiß verkaufen aber dafür habe ich jetzt endlich mal eine leine zu baut time so die leinen brauchst du doch irgendwie strings und schweinbälle oder so ja aber ich hab halt noch nie in minecraft irgendwie slimes gefunden die sind auch echt selten ja ich geh kurz in nether und wohl kurz quarts ich will meine rüstung halt auch schon entscheiden ich finde es ist halt so die schnellste art und weise wenn du das so zu machen oder ich lächle mit dem fucking gas dran das ist auch ne option der mir viel zu weit weg fuck that ok das erste was ich hier machen werde ist ne fucking triple bauen oh mein gott nur nicht die schweine angreifen beziehungsweise ich halte mich eigentlich für relativ fit genug die schweine zu fighten aber ja ich fighte die schweine was macht denn diese seltsame suppe ähm die hat immer andere effekte je nachdem also das kann was richtig geiles sein dass es zum beispiel eine vollheilung ist oder so oder du hast halt das pech und das ist irgendwie äh gifttrag plötzlich oder was auch es ist buntes durcheinander frage kann es mich töten weiß ich nicht ich weiß nur dass es unterschiedliche buffs und debuffs geben kann aber ich weiß nicht was es gibt gilt tot als debuff ist tot sein auch ein debuff random effect je nach zutat ich habe es ja gefunden ich habe es ja gefunden steht leider glaube ich nicht bei welche zutat das ist 0 trefferpunkte glaube ich traue dem ganzen nicht also ich hatte zum beispiel letztens eine seltsame suppe gegessen und die hat mich voll geheilt also naja aktuell bin ich relativ full also nur kurz erfahrungspunkte grind ich mache gleich das was ich eigentlich machen wollte unter anderem meinen fucking pferdehof reparieren scheiße jakuza creeper halten sie sich immer für was besseres so da schon wieder level 30 bleiben wir einen schritt weiter hat glowstone auch ne glowstone hat keine erfahrungspunkte gegeben oder äh ich glaube nicht aber ich habe bisher das schon eine weile her dass ich los und abgearbeitet habe aber ich glaube das einzige was aus der hölle wirklich xp gibt sind halt monster töten und nether quarts aber vielleicht ist jemand aus der community weiß der könnte ich natürlich besser fahren ne nope nur glowstone dust and another one bites the dust and another one gone and another one gone another one bites the dust hey ach ja geiles lied es war so dieser eine moment wo ich mir gedacht habe so ah das ist von queen hat in seinem leben nie vorher wirklich queen gehört queen hatte viele gute lieder bohemian rhapsody ja bohemian rhapsody don't stop me now also das einzige was mich bei bohemian rhapsody halt so stört ist dass das lied so unglaublich lang ist das stimmt also das lied ist wirklich brutal lang weißt du manche hörspiele sind kürzer oh fuck ähm das kostet ein wenn man auf level 30 entschannet kostet ein das zwei level oder drei drei level drei level dann mach ich noch bis 33 äh hi keks ellers und ich zeichne oben ah schaff's mal schaff's mal es ist skyduckery nein nein ausnahmsweise nicht wow paralleluniversum es heißt salizia gesundheit salizia spiel der todsünden der rückentext war du trägst alle sieben todsünden in dir du bist der zorn mit kira ist schatten ihn zu beherrschen es war so fuhrzünden geil okay cool so toaster und ich habe heute drei stunden lang sport gemacht ich bin im arsch ja das sahen drei stunden sport so an sich aber gut dass du sport gemacht hast keks ein berry cloud ich muss doch mal wieder ja stimmt dragonforce ist genau so ein langes lied geh es ist schweiz kostet dich geld im monat mhm aua sag mal du kleine assi von kiesbrocken kies assi weißt du mach ich so ein steinchen weg und dann kommen mir da 10.000 da kommt mir so ein kiesblock mit seinen brüdern da auf den kopf weißt du er stücke mensch okay na nie oh shit da ist noch einer äh another one bites the gravel du scheiße oh wie smooth das jetzt geht oh mein gott das ist so wunderschön hallo schön hier so ich biester ne oh hi ich krieg eigentlich noch einen i regret nothing aber nicht sanja und ich wir haben uns jetzt heute im fitnessstudio angemeldet cool ein was ein bisschen teurer ist als die anderen hier im umkreis aber dafür ein bisschen besser mit personal trainer und so oh seit wann bist du reich ne ne mit personal trainer und ernährungscoach und so und scheiß alles fancy sagte sie und trank eistee ja gg das kenn ich das kenn ich so sehr oh mein gott nur das ist so mit einer der ersten sachen die ich heute wirklich richtig fest zu mir nehme neben dem essen neben dem salat gerade und den resten von gestern boi hat ein ernährungscoach drinks coke ok ich trinke auch was cooler als na aber man muss sagen shadow man darf ja natürlich man soll sich nicht alles verbieten du darfst es heißt ja schließlich auch wenn ich genieße der wird ungenießbar das ist voll der coole spruch den mag ich kennst du nicht nein weißt du ich hätte schon eher gedacht das wäre so einer der von dir kommt ne aber ich hatte ihn noch nicht aber der klingt cool den werde ich übernehmen aber ne ähm ich musste grad irgendwas süßes trinken weil ich einfach grad zu verlangen nach süßen hatte ja zuckerflash ist das fieseste der welt einfach am meisten baby es ist wieder die zeit im monat freunde sind freunde für ewige zeit scheiße ach warum klappe ich das denn weg ich bin dumm wow ich will doch nur eine trappe machen kann ich ein schwein an die leine nehmen du kannst doch nicht alles an die leine nehmen ich meine ich hatte mir mal versucht ein schwein als haustier zu halten weil es einfach durch mein portal gegangen ist aber dann ist es despawned und ich war schwein oh nein oh nein son of a bitch komm ich will nur diesen gang hier zu machen so schwer kann das nicht sein doch ich will eigentlich nur dass ich hier ganz smooth die treppe runter laufen kann ohne dass ich irgendwo an so einer scheiß kante hängen bleibe dornen 2 klingt witzig dornen für eine rüstung fähigkeit dornen ne schutz 4 dornen 2 und haltbarkeit 3 also einmal das ding geht wahrscheinlich nicht kaputt es sei nicht schwimmen in lava aber was ist dornen dornen ist glaube ich wenn jemand dir zu nahe kommt dann nehmen sie schaden das ist sowas wie hier so eine stachel rüstung glaube ich gilt aber scheinbar nur für gegner ne i suppose and another one goes and another one goes and another one goes and another one goes okay i can still hug the nug os and another one goes and another one go das? Ah, oh mein Gott, meine Ordnung. Ah, meine Ordnung. Mama. Ihr dürft jetzt schon mal, warte mal. Don macht Rüstung schneller kaputt. Was? Das kann ja nicht sein. Das heißt, jetzt habe ich eine Haltbarkeit-Rüstung mit Schutz, aber die geht schneller kaputt. Ich glaube eher andere Rüstung, oder? Ich stelle es mir nämlich auch eher so vor wie eine Dornen-Rüstung. Weißt du? Ich glaube, andere Rüstung geht kaputt, oder? Nicht die eigene. Si. Si. No. Gracias. So, ähm. Das wäre ja sonst übelstbeschissen einfach. Ja, du nimmst... Ne, warte mal, das ist der mit den Eisen. Okay. Oh, warte, ich habe ja noch... Oh, ich smarte Skull. Tatsache, ist das jetzt ein Maultier? Sieht genauso aus wie ein Esel. Ich darf ein bisschen größer. Sickert. Ne, jetzt ist ja noch ein Baby. So, von daher... Verliert eine verzauberte Rüstung schneller ihre Haltbarkeit. Das ist irgendwie shit. Andere... Andere geht kaputt. Deine Nett. Okay. Seit wann ist... Hä? Das ist aber bescheuert, wenn meine eigene Rüstung davon kaputt gehen würde. Das macht irgendwie keinen Sinn. Having a good time. Having a good time. I'm a shooting star. I'm a witcher sky. Sekunde, könnte ich einen Creeper in die Leine nehmen? Und dann irgendwie einen Geigen hängen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Nur um ein Zeichen zu setzen? Are you, are you coming to the tree? Dann hängt das so ein Creeper, Alter. Weißt du, damit sich die anderen Creeper nachher denken so... Da geh ich nicht hin. Der Typ ist verrückt. Der Typ ist wahnsinnig, sag ich dir. Hast du gesehen, was er mit Frankie gemacht hat? Hat ihn erhängt? Der Typ ist wahnsinnig. Strange things have happened here. No stranger would it be. Night at midnight in so einem hängenen Tree. Wo nehmen wir uns mal hier rein? Ich hab mir einen eigenen privaten Stripmine-Keller gebaut. Aha. Weil alle haben immer so richtig krass viele Diamanten. Nur ich nicht. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Ich weiß ja, dass du Stripmine gesagt hast. Aber du hast das Mine ein bisschen versetzt von dem letzten, von dem zweiten Teil des Worts. Deswegen hab ich zuerst gedacht, so weit. Nani? Nani, you what? Nani, de fuck? Nee, und jetzt hab ich mich schlichtweg aus Protest bis fast bis zum Bedrock runtergebuddelt. Ja, das würde mir auch stinken. Naja, du konterst mit Dawn so ziemlich alles, sogar Projektile. Uh. Ach so. Also, ich mach quasi wirklich, äh, quasi Counter-Damage. Nur, sie geht halt schneller kaputt. Oh. Okay, das wär natürlich ein krasser Pay-Off. Okay, das ist ein Lava-Becken. Das ist gut zu wissen. Ich muss immer noch überlegen. Ich weiß nicht, wie ich das Dach machen soll, hier in meiner Bude. immer noch keine richtige Idee. Ähm... Ich muss noch mal Glas-Scheiben machen. Was? Hm? Oh, Angel hat mir grad mal aus der Wiki einen, äh, Post geschickt in Bezug auf das, äh, Ding mit Dornen. Okay. Warte mal, was steht denn da? Dornen. Die verzauberen Dornen, äh, Dornen schädigt einen Angreifer. Effektstufe mal 15% Wahrscheinlichkeit, dass der Angreifer ein bis vier Schaden erleidet. Ab Effektstufe vier sind 100% erreicht. Ab Effektstufe neun beträgt der... Es gibt Effektstufe neun, hol ich jetzt. Beträgt der Schaden Effektstufe minus zehn halbe Herzen. Angreifer erleiden auch Schaden, wenn sie Schusswaffen verwenden, zum Beispiel Skelette mit Bogen. Allerdings verliert eine so verzauberte Rüstung schneller ihre Haltbarkeit. Sind mehrere Rüstungsteile mit diesem Zauber belegt, werden die Effektstufen zusammen addiert und gemeinsam betrachtet. Von der Verzauberung kann man sich nicht mehr... Was? Vor der Verzauberung kann man sich nicht in einer Rüstung schützen. Oh. Hm. Okay, danke sehr, Angel. Danke sehr. Klingt krass trotzdem irgendwie. Irgendwas war ich doch gerade. Sick shit, my dude. Warum hat er das mit Frankie gemacht? Überzei, er ist einfach... Er ist nicht super genug... Ah, nice. Das ist die One-Piece-Anspielung des Tages. Ach ja, stimmt, das andere ist... Genau, das muss ja vor dem X sein, damit es die Zahl davor ist, also neun. Es geht bis elf? Das ist mir auch neu. Also, ich wusste, es ging bis maximal fünf, aber elf ist Honey Macaroni. Was brauchst du für eine Hyperdigitation, um so eine Rüstung zu haben? Beziehungsweise, ich wusste nicht mal, dass man das so hoch noch entschaden kann. Ich dachte, irgendwann mal kannst du das einfach nicht mehr mit XP bezahlen. Mach einfach Neues. Mein Kampf hat sich verändert. War has changed. War has changed. Okay, schön. Pack mal da rein. Ich verstehe einfach den Sinn von einer Lederweste nicht. Du kriegst ja an sich so viel schneller irgendwie eine vernünftige Rüstung. Lava. Nicht eine Lava-Rüstung. Lava-Rüstung solltest du nicht haben. Nein, ich check grad meine Strip-Mind-Dinger und wenn ich durchbuddel und an einen Punkt komme, wo Lava durchläuft, weil da halt ein Lavasee ist oder so, dann mach ich eine Fackel ans Ende des Tunnels nach dem Motto nicht da weitergraben, da ist Lava. Da ist böse. Lava schmeckt Aua. Ja. Sag mal, warum ist hier überall Lava? Holy shit. Die Seite kann man also komplett vergessen. Krass. Beziehungsweise diese Ecke hier. Ecke, Ecke, Ecke. Hier möchte ich so eine große Fensterwand haben. Das richtig aus. dann so interessant interessant sag mal so ich werde eigentlich immer nur dann von lava gemobbt wenn ich nicht hingucke seit dem motto ach so du hast gerade nicht aufgepasst soll ja hier guck mal da ist lava geil ne i hope you like some lava some hot shit take some lava cake ich brauche halt immer noch eine idee fürs dach ich habe keine ahnung was ich aufs dach machen soll wenn ich nicht hingucken werde ich von creepern gemobbt ja das auch das ist sogar er schlimm an der sache du kannst dich nirgendwo raus bewegen denn hier möchte ich denn so ja so naht garten so ein bisschen so eine so kleinen garten mache ich hier sonne aus was für ein material was für ein material besteht denn dein haus den roten ziegeln stehen schwarzen ziegeln magma blöcken okay dann ist es halt beim dach ein bisschen also entweder machst du das auch aus ziegeln oder dann brauchst du das ganze ding noch ewig oder ich mache es nur aus schwarzen ziegeln mit weißen akzenten du könntest es auch aus diurid bauen vielleicht knallt das dann ordentlich als kontrast oder warte mal gucken der tipp geht übrigens aufs haus kill me kill me now ich meine aus slabs und dings davon ein paar das ganze leben ist ein kill ich habe nie idee das heißt raten 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 die benutze ich nicht das ist mir zu doof muss halt mal irgendwann echt so eine gesamte nether fortress schlicht und ergreifend ausschrotten das ist eine sehr dunkle welt für kleine hühnchen eine gefährliche welt für kleine hühnchen so problem ist natürlich habe mein dach natürlich auch so unförmig gemacht beziehungsweise mein gesamtes haus ist giga unförmig so unförmig dass es weh tut ich könnte aber das so mache immer dies sei der geruch von frischen büchern gehoch das smell of fresh book hier flachdach macht basic flachdach macht das ist wie so ein typischer redstone gang einfach typischer redstone gang ja wenn du hier strip mein machst du bist eigentlich auf einer höhe um diamanten zu suchen aber das einzige was du findest ist redstone du buddelt sich wirklich zwei blöcke weit und fließt redstone 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 dann findest du irgendwann endlich diamanten und dein ganzes inventar ist voll mit redstone mit redstone ist irgendwie bekannt vor oder lapis oder kohle das ist echt ohne witz wie viel rot stein ist denn hier rot stein rot stein alles muss tot sein oh ja das bin ich gleich lava stranger danger don't go in that bush it's danger for you it's danger for you warum ich das dach hier überhaupt mir hier überhaupt mühe gebe vor allem nicht gerade weil es schneit hier oben sowieso immer aber eigentlich bräuch ich glaube ich mache das einfach aus slabs und dann ist gut sehr zeit hier und da so ein paar akzente aber sonst mache ich den scheiß aus slabs das ist mir dann doch zu retarden hier ist ja auch noch redstone hi du 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 das ist danger for you ok ok warte mal da denke ich jedes mal dran wenn ich hier flinstone das ist ein dummer joke eigentlich flachkörper machen warte mal das ist auf der ebene muss jetzt mal gucken also so ok ok das fertig zu können konnte echt dauern ist haus hier wird dauern aber ich packe mir glaube ich endlich mein scheiß schmerzensgeld dankeschön nein zum 350 euro ja es ist halt so hey unity oh mein gott das sind so viele steine ich mein ja gut das ist wieder typisch deutschland du musst erst glaube ich für dein leben geschädigt sein damit du halbwegs irgendwas kriegst an entschädigung ja ich muss ein arm fehlen oder so ja oder du könntest nicht mehr laufen oder irgend sowas dass ich in minecraft noch so wenig wieso minecraft habe ich auch an sich ist das ja auch nicht viel deshalb das werk eines einzelnen eines einzelnen durchgeknallten mit hundeproblemen by the way endlich ist hier endlich haben die das mal richtig gemacht hier wenn wir übertreiben lassen vielleicht die hälfte ja eben so shadow du bestimmst jetzt wo ich längs gehe links oder rechts links links ok so jetzt rechts gehen sie nur in Sachsen 2,3,4,5 ok keks nennen mir eine zahl zwischen 1 und 6 3 ok ok dann gehe ich hier rein was macht maultier-chan ok schon mal kohle gefunden maultier-chan is gone nee maultier-chan ist hier maultier-chan 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 ist ziemlich langsam was das wachsen angeht es ist eaa 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 my friend eaa 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 let me tell you about my people eaa So, jetzt kommt wieder der spaßigste Teil am Stream. Ich muss Nether Bricks, nee, Nether Dreck sammeln. Oder wir gehen einen Schritt weiter und versuchen eine Fortress zu raiden. Das wäre natürlich auch eine Option. Oh mein Gott, it's gold. Ich meine, always believe in your soul. Könnte natürlich auch ein komplett neues Portal irgendwo setzen. So, in dieser Welt hier. Dann auch mal eine Option. Freue ich mich darüber, dass hier eine kleine Höhle ist? Ja, nein, vielleicht? Nein, nein, eigentlich nicht. Wisst ihr was? Wir haben noch Obsidian über. Oh nö, das ist schon wieder so eine Riesenhöhle. Oh no. Oh no, oh yeah. Scheiße. Ähm. Okay, warte. Wo, wo, wo bin ich jetzt reingekommen? Die Leine nehme ich mal mit. Nani. Nani. Ah, hier. Okay. Get lost, you dingus. Okay, weil das Problem, was ich habe, ist, ich habe keine Fackeln. Aber ich könnte auch absolut wahnsinnig sein und ein Nugget mit auf ein Abenteuer nehmen. Aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Komm, wir machen ein anderes Netterportal ein bisschen abseits von hier. Als ich mir das Sehnen ergriffen habe, sollte ich eine Schiene bekommen, wenn ich meine Hand überhaupt wieder richtig bewegen kann. Die Kasse hat keinen Cent gezahlt. Willkommen in Deutschland. Na, bei mir ist es ja die gegnerische Partei. Der, der mir in die Karre geknallt ist, darf mir 300 Euro, äh, 350 geben. Ja, nur an sich. Weißt du, dein Auto, kannst du im Grunde in die Tonne treten? Das kann ich in die Tonne treten. Der konnte so nicht. Da fahre ich morgen zu meinem, äh, da fahre ich morgen zu dem potenziellen neuen F- Ach. So. Ich brauche fucking... Can-air. 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 Geh mal nicht zu weit weg. Ich weiß, das ist an sich Blödsinn, dass ich denn hier noch ein Portal baue. Aber vielleicht komme ich ja so ein bisschen an einer anderen Stelle raus, als ich, äh, normal würde. Oh, ich habe die Idee. Oh ja, ich baue in eurem Kackdorf. Ich baue hier ein Portal rein. That's the idea. Euer Dorf ist eh scheiße. Ja, euer Dorf ist richtig scheiße. Weißt du, was? Deine Bude, ne? Ich bin jetzt ein richtiges Arschloch, ne? Der Typ ist nicht da. Und was mache ich? Modifiziere seine Bude zu einem Never-Portal. Wow. There we go. I hope he doesn't mind. Ich meine, als ob er da jetzt was, äh, zu bestimmen hätte. Diamonds! Schein hell wie ein Vierland. Wie viele waren das jetzt? Hä? 12 Diamanten. Wie kann das denn sein? Was denn? Ich habe jetzt in dem Dorf ein Portal gesetzt und ich bin an dem selben Portal jetzt rausge... What? Vielleicht bist du zu nah dran? Schon ein paar mehr als acht Schritte, also... I don't know. Ich glaube, ich hätte echt tier-hardes Cosplay. Hey, Bude. Oh, wie er einfach aussieht wie ein Film. Oh Gott, das ist so geil. Okay, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Ich bin jetzt wieder zurückgegangen und bin wieder in meiner Basis. How? Me don't get's this. Ah, gut. Plan B. Ich benutze die einfach zu... Geh, was soll ich? Oh, die alten Neue. Passiert leider die neuen Portalen in der Overworld. Echt? Das ist doch bescheuert. Aber ich behalte ein Bett. Passwort und Eisen auch. So, ähm... Genau, ich wollte mir noch mal eine neue Diamantspitze machen. Vielleicht haben wir... Ich sollte die auch erst mal bauen. Ich Idiot. Ja, das... Na gut, jetzt haben wir halt... Zwei. Na gut, ist jetzt egal. Komm. Glück zwei. Yes. Please. Und Effizienz drei. I like that one. Oh, 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 oh. Du bist ne... Du bist ne... Äh, ne Jacke ohne... Ohne Ärmel. Du bist ne Jacke ohne Ärmel. Das kannst du doch so nicht sagen. Du bist wie eine Jacke ohne Ärmel. Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich will... Ich find's immer erstaunlich, wie schnell diese Mistviecher sinken können. Hey, Dragon Shad. Na, weil, ähm... Ich brauch so ne... Hades hat im, äh... Auf dem Film so ne... Ne Weste an, welche irgendwie auch ein Mantel ist. Total merkwürdig. Vor allem... Darf ich mal ganz kurz was anmerken, was mir mal so... Hier generell in Minecraft aufgefallen ist, wenn man ne Armbrust hat. Man hat so... Man hat so diese typische Stance, die du in, äh... In Doom hast. Okay. Also halt... Die... Die Waffe ist quasi vor dir. Und wir sind in der Hölle. You know what? Ich hab mal ne Idee. Ich möchte mal was ausprobieren. Let me... Was ist das hier für ein Ding? Ach, das... Das ist Tobey Maguire. Stimmt. Das ist... Das ist auch Tobey Maguire. Ach ja, das war auch Tobey Maguire. Was war das hier? Alles ist Tobey Maguire. Da war ja was. Äh... Ne, den möchte ich behalten. Tobey Maguire? Ja, den Tobey Maguire möchte ich behalten. Den hier nicht. Den brauch ich nicht mehr. Ähm... Ich hab mal ne Idee. Warte mal. Möcht' mal was ausprobieren. Äh... Habe ich das Bild noch? Ich glaube ja. Yes, I got it. Wait. Wait up. Migats. Migats idea. So, wake me up. I need to know. So, hab ich jetzt hier alles? Ich bin in meiner eigenen Scheißhöhle rausgekommen. Ich bin so dumm. Oh mein Gott. Oh shit. Laut. Das ist der Song. Das ist der Song. Äh... Dann nehmen wir das hier. Ja? Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Das ist der Song. Er ist... I made Doom, bevor es Doom war. Oh man, warum? Ich meine, komm, die, ne, es ist irgendwo zu offensichtlich. Gut, die Shotgun in der Mitte müsste vielleicht mal weg. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Ja geil, ich bin hier am Anfang. Das nehme ich mal wieder nach. Das ist doch ein scheiß Loop. Also das ist gar kein Loop, das ist nur Dings. Das ist eigentlich nur ein Skywalker. Das auch. Es ist im Grunde Doom, bevor es Doom war. Was Blödsinn ist, weil Doom war eigentlich Doom, bevor es Doom war. Doomfänger. Oh, die Klamotten von Hades sind echt cool. Aber es passt halt so gut. Dann weißt du, warum ich mich nicht in ihn verliebt habe so ein bisschen. Ja doch, der ist echt cool. Ja, danke, danke. Ich denke, ich weiß. Du nicht. Ich habe immer noch das beste Teil mehr. Kaum ist er wieder da. Gleich alles einhängen. Ich sende dir mal kurz ein Lied rüber, Vibi. Okay. Das ist mit Hades aus dem Film. Ich glaube, der Joke ist nicht mehr wichtig. Aber wie wäre es, wenn wir ein bisschen mehr Tobey Maguire reinbringen? Ja doch, das passt. Jetzt hat unser Stream ein bisschen mehr Tobey Maguire. Ah, mehr Hülsusen. I'm Spider-Man. No, you're not. You're the pizza guy. Pizza time. Das schädigt echt. Alter Schwede. Voll. Wir haben Bibi getriggert. Juhu. Wenn ich nochmal so einen Kopf von den Biestern kriege, dann kann ich hier diesen Witherbesch... diesen Megalord beschwören, ne? Ja, du brauchst drei Hülsuserköpfe dafür. Drei Witherköpfe. Was ohne Megalord ausrüstung nicht empfehlenswert ist. So stark ist der? Er ist nicht umsonst umständig wie Hölle den Kerl zu basteln. Naja, umständlich jetzt nicht unbedingt. Du kannst es ja spaßeshalber mal machen. Was soll passieren? Ja, nee, also... Da vertraue ich dir dann doch schon genug, Hol. Ich meine, wie viele Leute waren wir dran? Als wir das hier gequillt haben. Eins, zwei, drei, vier... Vier, fünf. Und er denkt sich halt nur so... Come a little bit closer. Anabamba. Ay caramba. Lepis. Lepis. Ich bin wie am Mien. Ich hab immer so das Gefühl, ich hab hier irgendwas vergessen mal. Na, Pisse, na, Pudi. Da geht's noch weiter, aber... Das ist ein bisschen restricted. Ich wollte mir endlich eine verzauberte Diamantrüstung machen und deswegen bräuchte Diamanten. Ich hab schon 21 Stück. Ich kann ihn leider mir grad nicht anhören, weil mein Internet sich denkt so, ne, braucht gerade ewig. Aber ich hör mir den später an, sobald ich Minecraft ausgemacht hab, weil... Keine Ahnung, irgendwie aktuell mein Internet... Ich weiß nicht, warum mein Internet so scheiße ist. Ja, das ist aber auch was von mir heute aufgefallen ist. Also teilweise hat's echt Hänger. Ich gucke aber mal kurz auf, ich hoffe, ich bin gleich wieder da. Ei, ei. Ach ja, nicht reinfallen. Aha, lustig. Oh, Junge, oh, Junge. Disney ist editiert again. Oh, Junge, Blut, und morgen abschalten wir das Grab von Mario Barts. Ich weiß nicht, ich hab mich irgendwie wohler gefühlt, als wir noch die Doom-Musik abgespielt haben hier. Aua. What? Oh, sheesh. Alter, die Aggro-Range von Lohen ist absolut retarded. Weißt du... Kennst du diese eine Animation von Doom, wo der Kerl einfach abgeht, sobald er die Musik hört? Ich glaube, der Basically... Basically Du. Ja, Basically Doom. Nee, Du. Boom. Äh, wo zum... Weißt du wieder nicht, wo du bist? Doch, ich weiß, wo ich bin. Ich hab nur das ganz große Talent, dass jedes Mal, wenn ich einfach nur stripmine will, will ich immer einen riesigen Tunnelkomplex finde, obwohl ich mich einfach nur im Stuhl geradeaus graben möchte. Bibi ist ein Zauberer. So cool seid ihr. Ich hab Glück, obwohl ich kein Glück haben will. Hahaha. Richtig. Okay, ich leuchte das hier ganz grob aus. Hier will ich schon mal gar nicht lang, das ist einfach nur tot. Okay, ich merke schon, wenn ich unerwünscht bin. Hä, wieso? Nee, ich mein hier. Achso. Wieso, was hab ich gedacht? Ja, die nehmen echt mit der... Mit der Rüstung nehmen die selber Schaden, wie geil. Ach, hast du Dorn drauf, oder? Mhm. Ja, hat einen schönen Effekt. Hab ich Macht. Wenn du jetzt dann halt noch an die Feuertränke hast, dann ist das Kindergarten. Gott, diese Geräusche hier in der Hölle immer, ne? Hm. Oho. So ein Pferd. Und he was never be seen again. Angry Mickey noises. Alleine Angry Mickey. Damals von der annoying Mickey Mouses. Mickey Mouses? Annoying Mickey Mouses. Oh boy. Oh god. What is even happening? Ja, eure fucking aggro range ist einfach nur retarded. Na ja, du musst ihn zu... Unterhalten, sie sind zu dumm zum Laufen. Und haben eine echt beschissene Droprate, was Blaze Rods angeht. Ja, die sind geizig. Aber zum Glück kannst du das Zeug mittlerweile auch teilweise mal bei Händlern einwechseln. Ja, und wer verläuft dich gleich in der Höhle? Ja, die Bibi? Ja, das macht die Bibi. Ja. Er hat keinen Plan, nur ist richtig. Ich bin... Ich bin... Ich bin schon wieder in so einer Mini-Schlucht gelandet, ey. Das ist schon die dritte, die ich finde. So blöden Schweine. Zu dumm, um ein Schwein zu schubsen. Hier ist gar nicht, okay. Creeper! May the power of god compound you! Angry fucking noises. Oh, ich mag das hier. Oh mein Gott, wo... Oh Gott! That was... Sketzy. Das Knockback, was die Viecher haben, ist aber auch an sich witzig. Das ist hier schon wieder so eine Schlucht, wo es heißt... Entweder du hältst dich an die Regeln... ... oder du wirst gleich von einem Skelett hier irgendwo runtergeschossen und stirbst. Und gleich kommt der Rock um die Ecke, Dropkick dich von der Klippe und brüllt... Das sind meine Regeln! Mich würd's ehrlich gesagt nicht mehr wundern. Mir passiert so viel Scheiße in letzter Zeit, das ist echt... Okay, jetzt erst mal wieder den Weg zurückfinden. Da hinten. Super, ich bin auf genau der falschen Seite abgestiegen. Nice! Du hast drauf, du bist jetzt unser König. Das heißt, ich müsste hier eigentlich einmal... Ja, rüber. Da ist ein Enderman... Ey, das ist dunkel wie im Bärenhinter. Was soll das denn? Oh mein Gott. Da müssen wir uns auch was herzurückhalten für die Monetarisierung. Ja. Habe ich schon wieder eine Mine gefunden? Alter, was ist denn hier los? Ich wollte nur strip mine. Ich ist immer los. Wenn, dann richtig. Ich mein, because yes, YouTube cares. Sie haben jetzt das Copyright-System so verändert. Jetzt müssen die Leute einen Timestamp angeben, wann sie dein Video claimen. Hey, stop it! Ich mein, mal davon abgesehen, dass das System immer noch total bescheuert ist. Weil, wuhu, jetzt musst du einen Timestamp vorher angeben. Ja, das ist jetzt... Wow, sie claimen immer noch dein gesamtes fucking Video. Also... Weißt du, obwohl zwei Sekunden. Wirklich, irgendwem anders gehört. Wird das gesamte Video geclaimed. Ist es eigentlich mittlerweile mal anders, oder ist es immer noch so, dass derjenige, das einklagt, im automatischen Recht ist und du beweisen sollst, dass es nicht ist? Das ist immer noch so. Oh. Na, da könnte man vielleicht mal ansetzen. Oh krass, ich hab einen Spawner gefunden. Ja, das ist sogar so, als ob YouTube da denken würde. Gib ihnen nochmal 17 Jahre Zeit, vielleicht kommen sie auf die Idee. Ich mein, sie... Man kann sagen, ja, sie gehen in die richtige Richtung. Aber im Schneckentempo. Weil Twitch macht das hier, dass man... Ne? Twitch macht das schon seit Ewigkeiten richtig. Ergo, wenn ich irgendwie Musik abspiele, die nicht mir gehört, dann wird auch nur der Part geclaimed, der nicht mir gehört. Und dann ist das Ende. Und da sah ich da noch nichts gegen. Man könnte es ja vielleicht auch anders erklären, so für die Allgemeinheit, wo auch ein bisschen präziser und böser ist. YouTube ist bei seiner Fortschrittlichkeit ungefähr so wie Nintendo mit Online-Service. Mhm. Du pay money for this. Oh, Jungs, ich hab mir Amiga gefunden. Lass uns was programmieren. Geil. Wenn ich für jeden Gang, wo ich irgendwo eine Schlucht, eine Mine oder einen riesigen Höhenkomplex finden würde, ein Euro bekommen würde. Alter, ich hätte schon Lidl einkaufen. Du könntest bei Lidl einkaufen. Wow. Das sagt eine Menge. Ich hab nicht gesagt, wie viel. Oh. Da ist eine ganze Freeway drin. Aber die gute. Oh, die gute Freeway. Ja. Wobei, Freeway, finde ich, schmeckt gar nicht so scheiße. Aber ich ehrlich hab ich nie probiert. Also, es gibt schlimmere Billig-Colas. Ja, doch, doch, doch. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Die, äh, die Cola von, von Kaufland in den Dosen, die ist gut. Die Cola von Kaufland? Ja, tatsächlich. Äh, wenn ich Bock auf Cola hab und wir gehen zu Kaufland, dann hol ich meistens die. Weil, zumal, ich bin sowieso niemand, äh, der so eine ganze Flasche Cola kauft, weil ich finde, das ist Blödsinn. Weißt du, die, meistens trinkst du sie eh nicht komplett. In einem Durchgang, weil, obwohl du es eigentlich müsstest. Weil sie sonst fadig schmeckt und Cola ohne Kohlensäure ist Bullshit. Von daher, wenn ich irgendwie Cola kauf, dann meistens nur eine Dose. Und, äh, das schmeckt halt, äh, it tastes like Coke. Ja, also nicht nach Coke, sondern, ne? Ja, ich weiß, was man's. Das, was man sich ungefähr erhofft hat. Ja, es schmeckt nach Cola. Nur halt, um einiges günstiger. Vita-Cola. Vita-Cola hab ich nie probiert, to be honest. Was ist das für ein Raum? Wird sicher nicht, einen Urlaub zu haben. Oh, es ist, ist nice. Also, eigentlich hatte ich mir gesagt, ich mach heute absolut faul. Aber dann hab ich mir gesagt, gut, du wolltest heute sowieso Minecraft spielen, also, kannst du's auch streamen, because why not? Baby. Yes, baby. Dann hab ich mir gesagt, so gut, kannst du auch streamen, ne? Also, why not? Der verläuft sich in den Höhenkomplex, du da, du da. Eben, Minecraft ist ja halt noch richtig chillig zu streamen an sich. Da musst du nicht viel machen. Musst du nicht viel aufpassen. Und für die anderen Sachen, die ich in meinem Urlaub hier streamen will, hab ich immer noch mehr als genug Zeit. Zum Beispiel hab ich mir überlegt, dass ich nochmal ein paar Power-Streams machen will, halt so, wo wir halt mal ein paar Retro-Games so an einem Tag komplett durchballern. Also, auf welche, wo ein bisschen länger sind, wie zum Beispiel Bomberman Hero, wo ich dann aber nicht auf 100% mach, zum Beispiel. Generell, ich hab in letzter Zeit so einen richtigen Retro-Trip eigentlich. Sofern ich hier The Fortress auseinandergenommen hab. I want that. Wie viel kann ich denn dann noch mitnehmen? This should do the trick. Eben bei Minecraft musst du nicht viel denken. Da musst du nur überleben! Okay, schau. You need to survive. This should do the trick. Two-Made! So, mit dem, mit dem Rest von der hier. Paddle to the metal, ne? Ich liebe es, wenn du mit so einer Effizienz-Spitzhacke wirklich Nether-Rack farmst. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay, ich hab verstanden. Ich hab verstanden! Oh, Gott! Und das Schiff muss schöner werden. Oh, mein Gott! Das hätte in die Hose gehen können! Oh, boy. Ich hasse es, wenn die Dinger so Magma-Kerne haben. Scheiß auf die vielen Redstone. Naja, mit einer Effizienz-Spitzhacke hier. Nether-Rack. Going to town. I never will find back home. Oh, mein Gott. Dann teleportier dich einfach. Ah, ich wollte... Mach's weg und renne mal mit dem Kompass rum. Ja, also ich hab'n Kompass, aber... Warte mal. Ich, ich... Ah, warte! Stopp! Den Dinger Gang kenn' ich. Der ist gut. Und den Baum kenn' ich. Den mag ich. Das ist ein schöner Baum. Also, Bäume sind hier nicht unter der Erde, aber... Wenn du Bäume unter der Erde findest, dann... Wow. Den Gang da drüben hab' ich Hugo genannt. So, wenn ich jetzt noch rausfinde, wo ich herkam. Warte. Ich glaube... Hey, stopp, Peter! Der Minus-Freak, danke für den Sub, mein Dude. Was denn da heute los hier? Schon der sechste Sub, wenn ich mich jetzt... Okay, das ist jetzt noch nicht aktuell, aber ich meine schon der sechste heute. An alle chatten, den lurken, den streamen, streamen, den mit... Oh, ja, danke dir, mein Dude. Stream, bitte, bitte, bitte. Nein. Haka, haka, ding-dong. Haka, lurka. Oh, warte, ich glaube, ich war hier. Ja! Nein! Warte mal, halt! Ja! Nein! Yes! No! Damn it! Ah, Mann. Okay, warte. Hier, genau. Hier hab' ich das... Die Lava abgeklemmt. Warte mal, jetzt... Hier... Also, das sind halt original Zorro-Dialoge aus Alabastia. Nur aus Alabastia? Ja, überwiegend Alabastia. Ich meine, der Typ hat sich ja nur verlaufen. Der Typ verläuft sich immer. Das ist... Das ist sein Running Gag. Nee, hier komm' ich nicht her. Scheiße. Ich bin so aus dem Zorro, Alter. Take me home. To a place I belong. West Virginia. Mountain Mama. Take me home. Come on, Rutscha. The radio reminds me on my home. Far away. Ach, Mann. Wo... Wo bin ich denn hier rausgekommen? Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich weiß, das ist die Anfangshöhle. Ich weiß auch, wo ich hier überall war, aber irgendwie finde ich jetzt gerade diesen Gang nicht, wo ich herkomme. To the place. But I still haven't found what I'm looking for. Du find's nicht home. Ich will dann nur nach Hause. Manchmal ist Slaps anbauen einfach ein absoluter Albtraum. Country roads, take me home. Home. To the place I belong. Beben, beben. Sag mal, wie sieht's hier unten aus? Ne, da ist wir diese... Da ist wir der Höhen-Schlund. Brauchst die auch von unten an. Ja, das ist, äh... All part of my plan. Ich meine, okay. Solche Höhen-Thun haben ja eigentlich auch was Gutes. Du hast einfach später 10.080 Milliarden Ressourcen. Und du musst die um nichts mehr Sorgen machen. Das ist schon mal... Ja, das habe ich mir auch gesagt. Und jetzt habe ich so viel Eisen und so viel Kohle. Besonders Kohle. Ich hatte hier... Ich meine, ich bin auch ein Genie. Ich baue quasi mein Hausdach von unten an. Aber es wird. Es macht sich. Oh, mehr Lapis. Das nehme ich gerne. Und wenn das noch ewig dauern wird. Ich habe keinen Platz in meinen Inventaren. Was ich noch mitnehmen könnte, ist Eisenerz. Ich wollte ja mein Haus unbedingt so groß haben, ne? Schon wieder ein Death End. Ah, Mann. Ein großes Wah. Minen. Hey, take me home. Do it, please. Abel. Abel. Ich will ja eigentlich immer, ich will ja immer selber rausfinden. So, das ist ja so immer mein, keine Ahnung, mein Stolz. Ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall, ich möchte einfach nur gerne das alleine hinkriegen. Und dann fühle ich mich voll schlecht, wenn ich es nicht hinkriege. Also wie gesagt, ich nehme halt immer einen Kompass mit und ich habe nie Probleme jetzt irgendwie wieder zurückzufinden. Das ist ja mein Problem. Das soll ein Maul hier sein? Sieht genauso aus wie ein Esel, nur fett. Das ist ja mein Problem. Ich habe ja einen Kompass mit, aber der hilft mir hier nicht sehr viel. Facecam Mini mal ein Asynchro. Das kann tatsächlich sein. Und ich, das fällt mir manchmal in den Aufnahmen bei mir auf. Und ich weiß selber nicht, woher das kommt. Oh geil, noch mehr dunkle Höhle. Ich freue mich. Ich habe mal überlegt, ob das eventuell mit dem Screentaring zusammenhängt, was ich habe. Aber dann denken wir auch wieder, eigentlich dürfte das nicht der Fall sein. Also bis auf, es kann sein, dass die Cam relativ, also was heißt die, relativ minimal asynchron zu dem ist, was ich sage. Zumindest fällt es mir manchmal in den Aufnahmen auf, so gefühlt. Das habe ich aber schon länger. Wenn man drauf achtet, stimmt das. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich weiß selber nicht, woran es liegt. Shadow ist ein Verhaltener, eine Animatronik von den Reptiloiten. Das soll doch so tun, als wäre ein Mensch. So in etwa. Warum an der Gang kommt mir bekannt vor? Hier kam ich doch her. Wo, 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 aus welche Richtung kam? Scheiße. Das ist der Anfangsraum, wo ich zuerst war. Wir nehmen Wänden an. Wie viele Stunden wird Vivi jetzt im Kreis rennen? Zu viele? Hm. Ich nehme noch das Gold mit. Warte mal, hier war, Moment. Hier war der Fluss. Hier war der Lavasee. Hier, warte. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe es gefunden. Also, just saying. Wenn da irgendwer was weiß, wie man das beheben kann, lasst es mich gern wissen. Weil es ist mir auch schon mal aufgefallen. Aber ich hätte absolut keine Ahnung, woran es liegen könnte. Bitte sag kein Furcht. Ist es hier? Nein. Fuck. Mann. Fucken, kacken. Kern. Also Vivi, ganz wichtig. Nach zehn Minuten weiteres erfolgloses Umrühren folgenden Song bringen. Ich werde bekloppt. 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 Wie wir jetzt nicht verlaufen. Wir haben realisiert, dass meine Camp tatsächlich unsynchron ist manchmal. Das Ding ist, jetzt war ich an einem Punkt, wo ich so dachte, oh ja Mensch, das geht bestimmt hier lang. Jetzt finde ich noch mehr dunkle Höhle, die ich noch nicht gesehen habe. Oh, scheiß auf, ich teleportiere mich gleich. Aber echt, wie viele, ganz ehrlich, unser Gebiet, ne? Das besteht aus 80% Höhlen. Das ist, weißt du, in manchen anderen Minecraft-Spielen, in anderen Seeds, da brauchst du manchmal 10.000 Stunden, bis du mal wirklich eine Höhle findest. Oder du spawnst irgendwo mitten im Wald oder keine Ahnung, oder bist du mitten im Ozean oder so ein Scheiß. Und hier ist einfach, keine Ahnung. Warum das Bild da oben links ist? Die Minen von Moria. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ihr könntet ein bisschen Tobey Maguire gebrauchen. Like fucking Jesus. Ich glaube, sobald ich hier raus bin und ich meine Rüstung gemacht habe, werde ich endlich einen Lagerraum in meinen Tempel machen, damit ich mal meinen ganzen Scheiß unterbringen kann. Der Tempel der Ordnung, er wird erbaut. Ja, ich bin schon recht gut weit. Ich bin schon mit dem ersten Stock fertig. Die Ordnung. Sie ist nah. Heaven's Judgment. Die Zukunft wird strahlend rein sein. Ich habe kein Putzfilme. Ich mag einfach nur gerne, wenn alles sortiert ist. Nicht wundern. Ich möchte einfach nur sicher gehen, dass hier kein Kruppzeug spawnt. Deswegen. Okay, wir folgen mal Waterworld hier. Mach ich mal hier so. Sie weikert sich aber auch einfach stur zu teleporten. Ich will nur kurz gucken, was hier ist. Es kann ja sein, dass ich irgendwas richtig krasses verpasse. Das ist halt illegal wohl. Sie kommt eh irgendwann wieder in die Höhle, weil da noch tausend Ressourcen liegen. Ja, aber nicht jetzt. Ist okay. Ich bin aktuell in meiner Stripmine-Mentalität. Und da habe ich kein Interesse daran. Irgendwie. Das takes fucking forever. Wo war ich denn da? Aber es wird langsam. Also gerade jetzt, wenn das hier so schön beleuchtet ist. Mit den roten Blöcken. Das wird richtig cozy hier. I like that. Jetzt sollten wir vielleicht nochmal eine Säge hier hochholen. Ich habe da unten noch eine Säge irgendwo rumliegen. Ja. Eine coole Steinsäge. Komm, so einen Schleifstein kann man auch schon mal mit nach oben nehmen. Ein Schleifstein. Ein Schleifstein. Da ist der Stock von wie vielen? Meinst du jetzt hier meine Bude hier? Das wird nur die eine... Nur das eine hier. Ich habe überlegt, ob ich einen Dachboden baue. Ich habe mir überlegt, warum. Das wäre ja retarded. Ich muss ja mal ein Geländer bauen. I need more slaps. Dann haben wir wenigstens schon mal das Dach fertig, wenn es immer noch dauert. Die Wände dauern echt am längsten. Was machst du denn da? Get a job. Fucking hippie. Get a haircut, hippie. Get a haircut, hippie. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Im Hippieland. Ja. Wir können ja nicht halten. Das ist Hippieland. Scheiße, wir sind im Hippieland, Leute. Was sollen wir nur tun? Ich spiele diese... Sie schicken raus die Gnade. Sie sind auf Kriegsfuß. Sie wollen ihre vegane Suppe. Und sie haben einen Fressflash. Erko, wir sind nicht sicher. Wir sind verloren. Wir haben wahren, halten sie uns für laufenden, intelligenten Brokkoli. Oh, fuck. Erwärmt sich am Magma-Block. Ja, fair enough. Wo stehst du sicher? Jo. Ist ja nicht so, dass er irgendwie ein Zombie ist und eigentlich keine Wärme braucht. Oh, danke Gott. Ja, das wird doch langsam. Ach ja. Hui. Wo ist er hin? Ah, von mir aus. Radio reminds me of my hope. Radio killed... Radio killed... Nee, video killed the radio star. Video killed the radio star. Gut, das schafft auch jeder Toaster, wenn du nur mit Baden gehst. Ach ja. Ich hab Endys Riesenkrater vergessen. Sein Mega-Reiskocher. Nee, seine Mega-Große-Grader-Landschaft. Er hat den Reiskocher demontiert. Ach du Scheiße. Jetzt will er eine Badewanne draus machen. Hier lebt er echt am Limit. Endys der Wahnsinnige. Ich will noch mal nach Hause. Country Road. Ja, dann geh doch zu Netto nach Hause. Ja, dann geh doch zu Netto. Ich geh jetzt ins Bett. Das ist Zombie-Shaming. Good night. Leben wie Larry. Oh nein. Ich will aber nicht leben wie Larry. Larry ist ein fucking Hummer. Who the fuck is Larry? Der Hummer hier aus Spongebob. Ich weiß nicht, aber ich glaub, der glänzt nicht gut genug. Wir müssten ihn buttern. Ob der eine Phobie vor Butter hat? Asking for a friend. So, Dach steht. Nice. Nice. Das ist eine fucking... Was macht eine Witch hier? Ja, dein Wurfarm ist nicht so geil, ja? Ich glaub, ich geh mir kurz aufs Du trinken holen. Ich bin gleich wieder da. Ich sag, es ist immer merkwürdig, was hier bei mir für merkwürdiges Kruppzeug immer spawnt. Es ist immer wieder merkwürdig. Oh, der kann jetzt auch mal weg. Der Muck des Tages. Wird eigentlich hier, wie gesagt, ein fahrenden Händler festhalten, der versucht hat, an meiner... an meinem Geländer zu power-driven, aber... Der war halt motiviert. Der wollte hier was verkaufen. Er ist halt despawned. Der Letzte, der mir hier was verkaufen wollte, den hab ich umgebracht und seine Leine geklaut. Einfach, weil Slimes immer noch das seltenste von der Welt sind. Hintertür. Wenn du ihn mit einem Namensschild benimmst, die spawnt er nicht. Ja, man kann ja nur Namensschilder leider nicht herstellen. Das ist ja das Problem an der Sache. Und es erinnert sich so, als ob die Typen nicht alle paar Jahre zu den unpassendsten Momenten wieder spawnen. Davon mal abgesehen. Oh Gott, wie oft ich die Typen schon umgebracht habe, weil sie mir mitten in der Fresse gespawnt sind. Und so, hey, willst du mein Zeug kauf? Au! Spitzhocke. Kannst du mir da mit einer Spitzhocke hauen? Was ist mit dir kaputt? Spitzhocke. Ich meine, die machen ja an sich auch nichts. Deren Lamas bespucken dich dann. Das ist das Einzige, was dann passiert. Sie nerven. Dann musst du immer den Dreck von den Leichen wegräumen. Boah. Was ist er denn hier? Jacket Bob. Ich finde das manchmal echt geil, wenn so... Hat der da einen Dreckblock hingepackt? Also Enderman, lass mir das mal eins sagen, ne? Ich baue hier, ne? Ich baue hier um. Hat der da einen Dreckblock hingepackt? Ja, da wollte die ein Geschenk machen. Bring ihn um. So, wieder da. Und glaubst du, was du trinken gefunden hast? Ich habe trinken müssen. Ja. Was ist mit diesem Enderman losgewe- Man hat ja noch nicht oft genug Descendants geguckt. Was zur Hölle war das denn jetzt gerade? Was hat der denn versucht? Fucking Yakuza-Creeper. Da, 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 da. Der, brauchst du eigentlich noch Ton? Ich brauche immer Ton. Irgendwo im Lager habe ich welchen. Ja, kein Stress. Ich muss jetzt eh erst mal hier... Was ist das denn jetzt? Das ist echt genug Schatten? Das ist genug Schatten für den? Das klang melodramatisch. Ich habe meinen Papageien erschossen. How could you? Was? Wie konnte ich das denn treffen? How? Der arme Klempfer war... Legendäre netzte Worte. Wie konnte ich den denn treffen? Du hast einen Bogen gespannt und geschossen. Ich vergesse immer, dass es Durchschuss... Tatsächlich durchschießt. Polly will einen Notarzt. Ah! For fuck's sake. Polly will einen Notarzt. Polly ist am sterben. Polly will eine Bluttransfusion. Scheiße. Das hier genug... Hier ist genug Schatten für ein Skelett, dass er nicht stirbt dabei. Ich wollte aufs Skelett schießen. Arme Polly. Wie wie? Der Vogel kommt nicht wieder, nur weil du jetzt ein Gesang anstimmst. Das weiß ich. Er ist tot. T-A-O-H-T. Aber vor allem... Alter, das war heftig. Ich hörte, es war ein Gegrillt. Der wird gegrillt. Der wird gegrillt. Und Kirby wird gegrillt. Ja, halleluja. Super knusprig. Der Trumpsvieh, ey. Innensaftig. Der Radio reminds me of my own valley. Ich müsste eigentlich mal die ganzen Ressourcen hier rüber schleppen. Zumindest die guten. So Sachen, die ich in Überschuss habe, nicht, aber zumindest die Diamanten. Das nervt mich schon seit Längerem. Ja, liebe Kinder, das ist heute ein Moment, wo die Welt stillsteht. Selbst schon, Tron, schüttel den Kopf. Was? Hä? Du hast einen Vogel abgeknallt. Oh ja, ähm... Nicht, Chuck! Le, Chuck. Aber seht ihr mal. Nugget benimmt sich. Nugget bleibt da. Ach so, das Hühnchen darf leben, aber Papageien nicht. Nur, weil die bunt sind. Ist das dein Statement? Hast du jetzt gesagt? Ja, hab ich. Oh, ich freue mich schon auf die Diskussion bei dir. Das würde ja bedeuten, Leute, schreiben im Chat. Also wenn wir es nicht mal hinkriegen, sie durch Getriggered zum Beschreiben zu animieren, dann können wir echt sagen, das ist eine Zombie-Armee. Zombies sind cool. Ja, aber Skelette sind besser. Das ist ja die Schufe nach den Zombies. Jetzt geht die Diskussion wieder los. Gesundheit. Ja, komm. Ja, es ist alles so. Spooky, scary skeleton shivers down your spine. Shriek and shadow, shut your soul, see you do tonight. Shut your soul! Mach deine Seele zu! Schließe deine Seele! Stell dir vor, das ginge wirklich. Ich hab mir echt vor, du könntest deine Seele zumachen. Oh, Herbert, guck mal, dieser Welpe ist ja nicht süß. Ich weiß nicht, ich muss erst mal das Schluss auch machen. So, ich nehme das mit, ich nehme das mit, ich nehme das mit, ich nehme das mit, das. Das. Das Eisen vielleicht auch noch. Oh je. Ich hab so viel, oh mein Gott. Okay, nee, den ganzen Obsidian und so. Äh, Obsidian, Quatsch. Hier das ganze Kohlezeug und das Redstone, das ich hier, ist zu viel. Man kriegt halt immer so viel Körner, ne? Die Körner sind so viel. Ja, aber jetzt mit dem Komposter, die Dinger tatsächlich mal in Sinn. Kompost? Also mit dem Komposter halt voll Ballast mit so einem Zeug, dann kriegst du halt Knochenmehl. Oh. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob ich irgendwie an Knochen ersticke. Um Knochenmehl herstellen zu können, wenn ich es brauchen wollen würde. Gut, wer es hat, der hat es. Mein, gut, ich könnte hier eine Menge. Wie macht man Komposter? Ähm. Also, mach mal, mach mal gucken. Ich wollte sowieso ja mal gucken, was ich jetzt hier alles neu habe. Seelenlaterne. Prisma-Scherbe hab ich noch gar nicht. Dafür musst du auch einen Unterwasser-Tempel, um das ganze Zeug zu kriegen. Smaragd-Block. Hier, Komposter. Ah. Ein Komposter, halleluja. That's quite simple. Akquisator? Aha. Das klingt krass. Hab ich aber auch keine Ahnung, was der bewirken soll. Also, Leute im Chat meinten, man kann damit, ähm, Dings hier, sehr schnell, unter Wasser besser atmen, wenn man die baut. Ne, da war es ein Block. Du hast Leute im Chat, die schreiten? Peter Pan hat Kling. Hol, das hat mir sehr wehgetan. Ich hoffe, du weißt das. Ne, sehr gut. Ich möchte, dass du das weißt. Hey. Okay, wieso schickt mir Angel jetzt ungefragt zurück über den Akquisator? Angel, so funktioniert das nicht. Wenn ich Interesse heuchle, dann möchte ich es wissen. Kusch, guck weiter Shadow an und antworte ihm nicht. Er muss das Gefühl haben, so richtig gebraucht zu werden. Yay. Der hat Urlaub. Der hat Urlaub, ah. Das ist eine Begründung. Ja. Aha. Urlaub funktioniert nur mit einer großen Portion, leck mich am Arsch, Mentalität. Wow, ich brauche... Achso, das ist unterschiedlich, wie viel das ist. Ähm, holen. Kurze Frage. Dürfte ich mir von dir zwei Diamanten leihen? Wie viele Blöcke brauchst du? Nein, nicht Blöcke, wirklich Diamanten. Ich will mir einfach nur, ich will mir einfach nur eine Hose craften, weil für die rechts nicht mehr, da fehlen mir zwei Stück. Äh, musst du mal in den vorderen Räumen bei mir unten gucken. Irgendwo in der Kiste habe ich ein Porto zieht. Okay, Komposter ist schon irgendwie cool. Umständlich wie Sau, gerade wenn ich 22 Knochen habe. Krass, wie hast du das denn hier mit den Sprudeln gemacht? Hä? In deinen Raum. Und ein Soulcent rein, dann mit Wasser auffüllen, Stück für Stück. Hä, wie kommt man da denn jetzt runter? Springen wir einfach an der Seite runter. Tropenfische konntest du ins Wasser setzen und dann schwimmen die da richtig drinnen, ne? Krass, wie hast du... Hm? Wie hast du das gemacht? Warte mal. Ach, du hast da Schäden... Oh! Das ist ja krass. Äh, also wenn du Tropenfische im Eimer hast, dann kannst du die überall reinwerfen. Kann ich die einfach in den Eimer packen? Also wenn du, äh, gerade im Wasser bist und so ein Vieh von dir rumschwappt, einfach den Eimer drüber ziehen. Ja, aber wenn ich die jetzt bald im Inventar habe. Ja gut, wenn sie nicht im Eimer sind, sind sie tot. Fuck. Ja, also ich wollte mir ein Aquarium bauen, ja. Doch, die Idee wäre nice gewesen. Das heißt, ich müsste erstmal... Also die Viecher angeln und dann tot ins Aquarium werfen bringt's nicht. Sagst du? Sagt ja auch jeder Nachbar, der sich wegen einem Gestank beschwert. Also das geht nur mit Fischen quasi, die real im Wasser rumschwimmen. Ja, also wenn du dir im Eimer eingefallen hast, fang frisch. Okay, let me try this. Eigentlich soll dein Hamburger den Unterschied zwischen tot und lebendig kennen. Halt doch die Fresse. Du Fischkopf. Ey, hol deine Tür ist ja mal mega geil. Oh mein Gott. Bei mir wird alles verkauft. Ich dachte... Du drückst auf den Knopf und nichts passiert. Okay. Und plötzlich... Transformers. Magi mal, komm, geh mal vor meinem Bett. Also Diamanten wolltest du. Aber wo rennen die jetzt rum? Hier. Ich bin nicht hier. Langsam glaube ich, Magi mal hängt in der Wand fest. Ne, jetzt doch nicht mehr. Nein! Nugget Junior! Das mit dem Boden hier sieht voll schick aus. That's a problem. Hashtag Küchenfliesen. Oh, was ist das? Ach, ein Schmelzofen. Ah. So, hinten zu ist er bei der Treppe im Lagerhaus unten ist auch Ton. Ähm. Was, bei der Treppe im Lager? Ne. Einfach auf der Seite, wo du bist, Treppe runter, untere Etage, Treppen, äh, ist... Äh, okay. What the fuck? Wohl, da sind 20 und ich zwei. Nugget Junior, was machst du? Uah, das waren viel mehr, die man da eigentlich braucht. Vivi, ich habe Blöcke eingelagert. That's a problem. Komm, Nugget, Nugget Junior, komm her. Ich finde gerade die Treppe... Sag mal, Nugget Junior, bist du dumm oder so? Gut, war ein Fuß. Ach man, ich komme so doof. Ja, Beifuß. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Die Treppe da vorne. Oh, alles klar, danke. Das ist so riesig hier. Was... Alter, die Decke. Oh mein Gott, die Lampen. Okay. Holy shit. Was? Ey, was? Brauchst du hier Big Trouble in Little China? Was ist... Ey. So, doch haben wir Ton. Hab Spaß. Den anderen Kreml, den du brauchst, musst du halt so zusammensuchen. Wie komme ich denn an den Ton? Oh, dahinter. Ach yes. Holy shit. Nugget Junior, du bleibst jetzt bitte erstmal hier. Dankeschön. Wie hast du... Oh boy. Ach so, du hast einfach Fässer genommen und da hast du dann die Bilder rübergepackt. Richtig. Das ist ja krass. Oh mein Gott. Deswegen sind Fässer eine richtig geile Erfindung. Fässer sind auch toll. Oh, das werde ich später übernehmen. Das ist echt gut. Das werde ich raubkopieren. Das werde ich raubkopieren. Nein, ich bin inspiriert. Oh mein Gott, das ist echt gut. Ah, so nennen wir das heute. Ich wusste nicht, dass das geht. Ich bin raubinspiriert. Ey, hol jetzt Transformers Tür. Holy shit, man. Oh, und jetzt springt man hier ins Wasser und wird wieder hochgeschossen. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott, ich liebe deinen Eingang. Wildwasserbahn. Das ist so geil. Nee, das geht so schnell und wird so da, 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 da. Und dann bist du über sich oben. Das ist eigentlich sehr einfach zu bauen. Let's get some fish. Das ist mega cool. Was hat da Andy für einen riesen Glaskasten? Er möchte, dass seine Fische dazu animiert werden, rumzublubbern. Und deswegen hat er jetzt eigentlich den Aufzug da nachgebaut. Okay. Wenn man halt nach oben gedrückt hat, dann springen die Lachse. By the way, was passiert eigentlich, wenn man, ähm, ja, wenn man hier quasi diese Tropenfische nimmt und dann diese, diese Pools macht? Also halt diese, mit Magma-Blöcken, diese Swirlpools. Sollte eigentlich nix machen. Glaub ich. Ich glaub, Keks ist wieder kaputt. Oh, Tomate. Oh, Mensch, Vivi, mach doch die Tür zu, wenn du gehst. Oh, entschuldige, ich wusste nicht genau, was ich dafür machen muss. Du drückst einfach den Knopf nochmal. Komm, Yakuza-Creeper rein. Ich werde das nächste Mal dran denken. Ich hätte mal Scheren mitnehmen sollen. Ich hatte nämlich noch eine andere Idee. Hast du jetzt eigentlich deinen Diamanten mitgenommen? Äh, ja. Guck mal in dein Inventar noch. Äh, ja, hab ich, ja. Na gut. So. Fisch. Fisch, Fisch. Ruhe. Das funktioniert nicht. Ich hab jetzt vier Eimer Wasser. Ja, du musst ja auch zielgerichtet draufhalten und dann auch loslassen, wenn du sie hast. Ansonsten kippt das sie direkt wieder aus. Entschuldigung. Ach so. Der muss einmal richtig zuschnappen. Mensch, ich hab gedacht, du hättest eigentlich bei Kiwami angeln gelernt. Nee, ich wusste nicht, ich dachte, das Wasser kommt automatisch. Oh. So wird das nie was mit dem großen Weißen. Das ist... Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, it's racist. Ja, ja. Oh, warte, ich glaub, ich bin. Polly 2.0, new generation. Polly will ja immer noch einen Notarzt. Äh, Polly, wenn's da die Täter? Äh. Glaub mir, Polly, dir wird nicht dasselbe Schicksal passieren. Polly-Klappchen, scheiß! Äh! Oh. Oh mein Gott, ist das... Polly, Bratenmarinate. Ist das jetzt der Vogel, der mir eigentlich die ganze Zeit immer folgen will, aber mir nicht folgt? Äh. Vielleicht hat er auf seine Zeit gewartet, bis der andere tot war. Warte mal. Was ist der? Nee. Ist ein anderer Vogel. Nein, du hast einen Vogel. Warte, den holen wir auch. Den nehmen wir auch mit. He's coming too. Roger that. Vogel down, Vogel down. So, die Frage ist jetzt, was gehe ich zuerst und schauen? Was ist das Wichtigste? Weil ja, da du wahrscheinlich sehr viel pudeln willst, Spitzhacke? Nee, nee, also Spitzhacke, Schwert und mein Bogen hab ich schon. Ich will jetzt meine Rüstung in Schaden. Nee, der Vogel gehört mir scheinbar. Ja, der gehört mir. Ja, der ganze Server ist am laggen. Ich will den roten mit mir auf jeden Fall. Der andere ist mir zu dämlich irgendwie. Ähm, kurze Frage holen. Ja? Ja. Jetzt, wo Andy alles abgerissen hat, wo ist denn das Enchantment-Haus geblieben? Haben wir keines mehr, aber du kannst bei mir Enchanten. Okay, cool. Wobei, warte mal. Wobei doch. Also ich hab einen kleinen Enchantment-Tisch bei mir aufgestellt oben. Äh, also unten. Äh, kann man im Discord einfach beitreten? Yes. It's free for all. Die Frage ist noch, möchtest du das? Möchtest du dir wahnsinnigen, äh, folgen? Wo ist jetzt der andere hin? Hä? Weil die Leute auf dem Server sind ganz lieb. Alle. Wann sie das? Sie lügt. Sie lügt. Bist du dir sicher, Vivi? Hä? Die sind alle lieb. Ich kann doch dein Leben. Es gibt keinen auf dem Server, wo ich jetzt sagen würde, boah, das ist ein richtiges Arschloch. Außer ich. Ach, und ich. Ja, aber das zählt nicht. Die hatte uns vorher schon. That's the difference. Wir sind VIP-Arschlöcher. Oh, du baust dir auch ein Minensystem? Oder ist das ein Auron? Ja, cool. Ich mein, der Eiser nicht. Ach, du meinst dieses Minen-Card-Gedöns? Nee, das war Auron. Ah, okay. Da hat er die ganze Zeit auch so an der Seite bei der Lavakammer rumgedödeln und gesucht. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Also, Vögel sind irgendwie ein bisschen buggy. Die Transformers Tür ist so cool. Da bringe ich ihn jetzt, nehme ich den Vogel hier mit der Leine mit. Und kann man denn hier schon voll enchanten? Also hast du genug Bücher? Müssten wir eigentlich. Oh ja, okay. Nevermind. Hier drüben ist noch Lapis drin. Oh, nice. Das habe ich vergessen. Danke. Noch ein bisschen Azuli. Ein Automobile. Fick dich, Alfredo. Deine Pizza schmeckt nicht gut. Okay, du musst mir das. Naja, aber unser Discord ist free for everything. For everyone. Ja, speziell. Das ist nicht irgendwie so Patreon-only-Server-Blödsinn. Was ich nicht mal habe. Ich habe ja nicht mal mehr Patreon. Bzw. ich habe es noch, aber... Ja, er macht ja nur Zombie-Geräusche, also... Das ist nicht so schlimm. Deine Automobile. Zombie-Geräusche in Neuzeit. Klo-Buddy. Eindeutig Zombie. Hauke hat jetzt confirmed, dass es wahrscheinlich einen dritten Teil verborgenen Männer geben wird. Und ich... Ja, es ist noch nicht klar, wann, aber auf jeden Fall ist einer im... Okay. Und ich denke mir so, yes. Ich finde es so interessant, dass du jetzt bei Globuli draufkommst. Ja, woran soll ich denn da sonst denken? Ich weiß nicht. Also jetzt speziell bei der Spielereihe würde ich eher an sowas denken wie... Großes Fenster. Wilson. Wilson. Ich haze dein Leben. Aber er hat auch super oft Globuli gesagt. Und diesmal gehen wir auf Nummer sicher. Diesmal willst du es nicht verkacken. Diesmal kommt der Vogel ins Haus. Das Haus brennt. Perfekt. All according to plan. Hörs mich raus, Mensch. Nein. Niemals. Never, you fool. Oh, komm sie ruhig mitnehmen. Hier, Schinder, jo. Jo. Bis gleich. Äh. So. So. Ist... Jo, ne? Funktioniert. Schnittwurz. Ein bisschen hier hin, so muss er ja die Leine nicht noch haben. Oh Gott, sagen wir halt. So, das heißt, wir könnten uns jetzt ein Dings bauen. Ein Aquarium. Das heißt, die Frage, wie macht man jetzt... Wie macht man jetzt am besten ein Aquarium? Auf jeden Fall mit Glas. Also nimmst du, was man durchgucken kann. Auf jeden Fall Glasblöcke. Oder? Wenn ich hier so eine Wand draus mache. Also ganze Glasblöcke sind ja immer noch am besten, ja. So groß in etwa. So groß in etwa. Dann zwei hoch. Ich kann sogar hinhauen. Dann brauchen wir jetzt noch einen E-Bail-Roller und ein paar Plastiktüten für den Wohlfühlfaktor. So nennt man, ja. Sonst sind die Fische wieder total verwirrt wegen der ganzen Ordnung. Scheiben sind wir, weil es kein ganzer Block sind. Ja, stimmt auch wieder. Sonst sind sie wieder so diesen Runderlaufeffekt. Ja, das sieht ja immer merkwürdig aus. Super, jetzt haben wir alle einen Ohrwurm. Wovon? Was? Dein Auto mag ich nicht. Ich schlagt hier ins Gesicht. Ich wollte gerade sagen, der Vogel ist weg, aber der Vogel ist noch da. Flieh kleiner Vogel, du weißt nicht, was hier blüht. Er kann nicht, er ist meinem Befehl untergeordnet. Du hältst ihn gefangen. Nein, er macht Sitz. Sag ich doch, du hältst ihn gefangen. Ja. So in etwa. Der will das gar nicht. Tja. Wir alle wollen Dinge nicht holen. Wir alle wollen Dinge nicht. Lieber Jet, wenn ihr fliehen möchtet, nickt einmal. Ihr könnt nicht nicken. Ihr könnt nicht fliehen. Ihr könnt nicht nicken und ihr könnt nicht fliehen. Denn für beides gibt es kein Emoji. Brauche ich trotzdem noch einen Eimer Wasser? Wofür? Wenn ich die Fische da jetzt reinkippen will? Naja, im Prinzip hast du da einmal Wasser drin. Auch wieder warm. Versuchen wir das mal so. Du willst halt erstmal den Boden auf und dann kippst du halt noch so Wasser nach. Ich glaube, ich sollte das noch mal ein bisschen höher machen. Das ist Bewegungsfreiheit für Fische? Wirst du weich? Nee, aber ich habe so das Gefühl, die können da rausspringen. Das kann gut passieren, ja. Ja, die sind ziemlich bouncy. Ich sollte einen Deckel drauf machen. Die können da jetzt nicht raus. Aber ich sollte da nochmal was an... What the fuck? Ist das jetzt der Vogel oder habe ich hier eine Spinne irgendwo? Oh. There. Keine Ahnung, was mit der Spinne passiert ist. Das war merkwürdig. Na gut, dann muss ich mal schnell Wasser holen, ne? Ja, besser ist das du. Willst du nicht, dass du Lachs raushopst und anfängt rum zu japsen? Da hast du schon wieder Geräusche gehört. So, in der Ferne hörte man nur ein wildes Otto. Ich finde es irgendwie lustig, dass Andys Dings, also das Haus, was er dann noch hat, eigentlich nur eine Ruine ist. Und dass es auf so einem Gerüst steht, wodurch es irgendwie so eine Baumhausoptik hat. Das ist echt mega gut. Das ist ein sehr seltsamer und mickriger Baum. Das funktioniert doch quite nice. Machen wir mal ein bisschen gerade Platz nach oben einmal. Oh man, wie wurde hier geschrieben? Oh mein Gott. Wie viel ist zu fame für uns? Okay, ich bin mal ganz kurz auf dem Dach. Und mir schreiben Leute eigentlich gar nicht so oft. Menschen kommunizieren mit dir. Du bist berühmt. Hold up. Nee, warte, wo gehe ich raus? Ich werde nur angeschrieben mit den für Minecraft-Facts, nach denen ich gar nicht gefragt habe. I curse you, Angel. Ich dachte, du hast mich lieb. Ein Attentäter. Auf meinem Dach. Ha du fick. Was? War das jetzt ein Skyrim-Schrei, oder? Auch. Okay. Die Shadow Collections bei Steam. Ha du fick. Was macht das? Ha du fick. Das klang echt ein bisschen wie so ein Skyrim-Geschrei. Sag ich doch. Ha du fick. Problem solved. Sind alle tot? Nee, ich habe es verhindert. Aber da war auf einmal ein Creeper auf meinem Dach. Ja, das passiert. Da haben so Creeper an sich, dass sie gerne spawnen. Ja. Leider mal da, wo ich es am wenigsten gebrauchen kann. Natürlich muss ich da jetzt auch noch einen bauen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Mann in seinem eigenen Aquarium ersoffen. Mal wieder. Mal wieder. Schlimmer wird es, wenn man steht Minecraft-Line super ertrunken. Das ist echt nicht einfach, ne? Okay, jetzt habe ich ein Aquarium. Es ist nicht brutal schön. Aber es ist fein. Ach komm, es könnte schlimmer sein. Du könntest die Fische einfach auf den Boden werfen und sagen, habt euch nicht so. Einfach sagen so, ach, stellt euch mal nicht so an. Anstellen tun wir uns an der Kasse. Ach komm, tut nicht so. Ich atme auch und tut es mir weh. So in etwa, ja. Genau das. This is doch nicht mehr. Fine. Breathing in the chemicals. Das will Han Solo einfrieren. Der will Han Solo einfrieren? Ach, der will sich irgendjemand mit Chemikalien einfrieren. Hä, das habe ich gleich gesagt. Aber das ist das, was ich verstanden habe. Ich bin gerade doof. Wie macht man nochmal Bücher? Warte mal, habe ich Level 30 jetzt davon bekommen. It's something. Und wo ist dein Rezept? Warte mal. Ich muss mal öfter das Rezeptbuch nutzen, weißt du? Ich habe das Ding extra. Man munkelt, dass du Leder und Papier brauchst. No shit, Sherlock. Ein Leder, drei Papier. Oh, wow. Okay, die Kombi hatte ich jetzt nicht gedacht. Ich muss aber auch sagen, der Vogel macht echt böse Geräusche. Es ist der böse Zwilling, er weiß, was du mit seinem Bruder getan hast. Unter anderem. Was hast du mit Klausi gemacht? Oh, boh, 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 boh. Ähm. I can explain. Riecht es hier nach Brathun? Ähm. About that. Riecht es hier nach Brathun? Mich halten keine Fäden fest. Ich stehe allein. I would test. Oh, was war das? Warum zitiert sie gerade Ultron? Das war Pinocchio. Ja, und er hat den Spruch 1 zu 1 übernommen. Yep, Ultron hat deine Jugend gefickt. Cool. Zumindest die eine Sache, die er mal im Film hinbekommen hat. Können wir dafür scheißen. Ja, sonst Argo. Muss den Vogel loswerden, das ist ein Kompott. Ein Kompott? Kompott? Das ist ein Kompott. Also wenn wir es jetzt noch hinkriegen, dass der Papagei ICQ-Sounds macht. Oder vom Disconnect von Discord. Das erinnert mich an diesen einen kleinen Vogel, der diesen, äh, Apple-Kling... Gott, diese... Ah, der war so süß. Hat doch bestimmt noch irgendwo... Ach, ne, Red Soundtorsche, das hab ich nicht. Aber was brauch ich? Ah, genau. Reasing in the chemicals. Äh, 418 brauch ich. Nein! Nein! Dieses nein, 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 nein! Oh mein Gott, ich hab die vor zwölf gedrückt. Wir müssen über deine Wutausbrüche reden. Das geht so nicht weiter. Das war keine Wut. Das war einfach nur ein Ausruf der Überraschung. Ah, Touretti hat angerufen. Ich tourette dir auch gleich einen. Oh, es ist okay. Es ist okay. Sie kann nichts dafür. Ich kann mit meiner scheiß Hausarbeit nicht weiter. Okay, warte, ich wollt Redstone, ich brauch Glowstone. Und Stöcker hab ich noch. Mal ein Wombat! Kürtel Wombat! Ding Dong! Äh, nö, schade ich hinten. Auf weder dem Hosen hier wie die Suppe zu spucken. Oh ja, auf jeden Fall. Aber das... Ja, Yakuza Kiwami. Ja, ich kann ja jetzt ja auch mal wieder tatsächlich so einen, ja, sehr langen Yakuza-Stream dann machen. Yakuza, meine Freunde. Yakuza, meine Freunde. Muss ich nur noch... Das hab ich jetzt natürlich auch wieder nicht bedacht. Ähm... Sheddu denkt... Nicht die. King. Ich sag, sobald ich wieder ein bisschen Geld auf der Kante habe, ne, hol ich mir erstmal eine neue Maus. Test, die Maus. Das ist aktuell Priorität number one. Wait. Wieso geht denn das nicht? Ups. Hä? Aber Redstone-Lampen, die brauchten doch eine Redstone-Connection, oder? Ja. Geht eine Redstone-Fackel nicht? Wenn sie direkt dran ist, doch. Nein. Geht aber nicht. Hä? Muss ich einen Schalter da noch irgendwie anbringen? Nö. Reicht, wenn sie eigentlich direkt drunter ist oder noch dran steht. Hey, was wolltest du machen? Eine Redstone-Fackel hier. Äh. Ach, die muss daneben sein. Nicht da... Nicht da dran. Achso, du hast sie dran geklebt. Ja. Naja, sie muss daneben stehen oder halt unten drunter? Kleben wir sie daneben. Komm. Ja, dann haben wir jetzt... Das unten sieht halt noch ein bisschen merkwürdig aus. Ach. Das sind optische Details. Ja, das ist irgendwie scheiße. Hm. Auron ist irgendwo unter meinem Tempel. Ich seh ihn. Auron ist immer irgendwo unter einem. Ich sag ja nicht umsonst, dass der Typ ein halbes Erdmännchen ist. Er ist der Tunnelgräber. Nein, ich bin der Tunnelgräber. Ich untergrabe ab. Ich bin der Tunnelgräber. Okay. Okay, nur die Beleuchtung ist hier ein bisschen weggeschwommen. Ah. Mit der Zweitspitzhacke mit Aufbewuchtsamkeit Klausel und Sammeln. Man spart sich so viel. Ah, so ein Luxus. Aha. Na doch, das sieht besser aus. Das sieht als Aquarium doch tatsächlich besser aus. Ich frage mich nur halt wirklich... Ich glaube Scheiben würde trotzdem scheiße aussehen, weil die haben ja solche komischen Properties. Ja, dann hast du halt so diesen Runderschmier-Effekt. Ja, das sieht immer merkwürdig aus. Verstehe auch nicht, warum sie das nie geändert haben. Ich finde, das sieht absolut kacke aus. Indeed. Indeed. Imba. Imba, das auch. Simba. Simba. Muuu, Fasser. Ich bin Imba, Simba. Und dann haben sie ihn aus der nahen Party gekickt. Wurde disconnected wegen Cheating. Leider Gottes wusste niemand, dass gerade eine Knuhherde amok lief. Naja. Wieso haben diese Papageien immer die Tendenz, sich ertränken zu wollen? Immer noch besser als was bei meinen passiert. Ich habe meinen Papageien einen eigenen Garten gebaut. Da gehst du weiter als ich. Wow. Sie liebt halt ihre Papageien. Papageien sind an sich halt ja auch toll. Die haben halt einen, ich habe ja halt an meinem Tempel so eine Glaskuppel dran. Und da drin sind dann halt so ein paar Felder mit Essen, zwei Bäume, dann noch so einen kleinen Teich mit Fischen drin, wo die immer drin rufplanschen, Blumen und alles. Ich glaube gar nicht, wie froh ich bin, wenn ich da oben endlich vernünftig einziehen kann. Aber ein Nether-Warzen dauert halt fucking forever. Never, never, never. Das Problem ist halt, ich habe halt im Nether keine weiteren Warzen gefunden, die ich mitnehmen könnte. Also halt, ne? Das soll züchten. Ja eben, aber da brauchst du halt auch Soul Sand. Richtig. Und den hast du ja auch nicht so viel. Teilweise liegt er eigentlich als ziemlich große Ablagerung so in René von Marmar rum. Zwei Hunde nehme ich mit hier in die Bude. Dann. Ich will mir auch ein Eisen, ich will hier auch, dass in meiner Bude ein Eisengolem rumrennt. Als Security System. Gegen was? Ja, sag du's mir. Als Endermänner wirst du mit Laterne fackeln los. Darum geht's mir nicht mal, hoi. Wer meint die Banditen? Nee, nicht mal. Ich meinte diese Jacuzzis, die die ganze Zeit bei mir rumlaufen. In deinem Haus. Die finden den Weg. Du hast einen dadurch nicht gut genug ausgeleuchtet. Rafiki kennt den Weg. Weißt du was? Ich hab jetzt hier das Ganze so weit, dass er hier... Hier, Golems sind zwei breit, ne? Zwei Blöcke. Ähm... Willst du einen Golem bauen? Ja. Also nee, wenn sie gebaut sind, sind die zwei Blöcke breit, ne? Ich glaube schon. Meine nämlich auch. Breite Schultern und so ne Scheiße. Sie haben echt große Hände. Große Hände. Den können sie alles festhalten. Ach ja, stimmt. Die brauchen mehr als einen Eisenblock. Da war ja was. Oh ja, vier. Vier. Hey, Pecora. Alles ist super. Alles ist wunderbar. Jetzt hab ich fünf gemacht. Dich Idiot. Super. Ah. Kann ich noch einen fünften Block hinzufügen und dann einen Mega-Golem haben? Nein. Was ist, wenn ich noch einen mehr dazu packe? Dann wird er einfach nur auf dem spawnen, was er benötigt und der Rest bleibt stehen. Goddamit. So, ich brauche aber diese gekarvte Laterne, ne? Also diese gekarvte Laterne. Also die geschlitzte. Ja, also Schere, zack. Jack-o-Lantern. Aber ohne die Lampe wahrscheinlich. Richtig. Richtig. So. So. Und, äh, he's born. Wie nennen wir den guten jetzt? Bei fünf. Bei fünf warst du dann Black-Wall-Grey-Morl. Ja, verdammt. Ich meine jetzt, ne? Das ist Herbert. Ernsthaft, Herbert? Haben wir keinen besseren Namen? Herbert, der Tritole. Wir werden ja wohl einen besseren Namen haben als fucking Herbert. Klausi, der Zerklopper. Wir werden ihn einfach bobt. Das wird ja mal schlimmer hier. Randallreif. Das ist ein Littes. Krawallkalle. Krawallkalle? Speedwagon? Heißt den Stahl-Golem. Super slow. Krawallkalle Speedwagon. Der Kirihoff würde sogar tatsächlich passen. Unten im Keller hängt Majima ab. Unten im Keller hängt Majima. Nennen ihn Asura. Asura. What a titan. 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 Wir haben einen voll krassen Eisengote. Wir nennen ihn Tim. Mr. Shakedown. Horace. Das wird nicht besser hier. Robert Spencer. Wow. Wird ja. The Tay. The Tay. Steffi. Alter. Der macht Creeper-Geräusche, der Vogel. Ich glaube, er weiß, was du getan hast. Fuck. The Rock. The Rock says... Aber er besteht aus Eisen. Ist doch egal. Nenn ihn einfach Blechdose. Blech? Ist ja mal schlimmer. Klumpatsch, der Wundergolem. Ah ja. Klumpatsch. Du bist ein Krumpatsch. Oh nein. Wie braucht es sogar Ohr? Zucker Ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Verboten. Ach du Scheiße, hab ich da jetzt viel netter Zeug rausgeholt. Ich hör doch, ein Enderman hier irgendwo. Schatten siehst du noch so. Nö, gefiedert ist etwas. Das ist... Der ist es in Wirklichkeit immer der Vogel. Irgendwann wird er wahnsinnig werden. Das hat schon Metallica. Wenn wir nach Metallica gehen, dann könnte ich auch gleich sagen, dass es... Sein Name ist Nero. Resort Donero. Gut, dann muss ich einfach warten, bis mein Bambus weg... Äh, mein Zuckerrohr. Zucker Ei. Bücher. Achso, du brauchst Papier. Ja. Versucht er denn da. Soll ich dir ein paar Bücher bringen? Ähm... Da. Wenn du gerade welche über hast. Also ich bräuchte... Lass mich mal kurz rechnen. Ähm... Ich brauche... Zwölf Bücher. Ein bisschen darf es. Oh, nur? Ja, ich brauche noch vier Bücherregale. Ah, sehr cool. Also sogar... Ich brauche nur zehn sogar. Zwei hab ich noch. Achso, du willst Bücherregale draus machen. Ja, und auch noch ein paar... Ein Halterwagen. Aber... So, warte mal. Irgendwo habe ich doch Bücherregale rumgefahren. Äh... Kisten durchwöhnen. Äh... 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 blanket... Die Jakusa-Creeper. Ach! Ihr macht meinen Berg kaputt! Unser Berg muss schöner werden. Äh? Okay. Ich finde es halt geil, wenn du mit einem mit einem Feuerschwert gegen Enderman kämpfst. Das ist jedes Mal Delight. Holy shit! Nein! Wofür brauche ich das Lesepult? Was ist das? Ich benutze es als Deko. Okay, thanks. Also im Prinzip sind die Dinger halt so dafür gedacht, dass du je mehr Seiten du auf dem Buch bestrichtest und da drauflegst, umso stärker wird ein Redstone-Signal, dass rausgeht. Okay, what the fuck? Aber wenn du damit halt nichts baust, dann kannst du es halt schön als Deko nutzen. Ich meine, es ist hier ein Tempel. Irgendwo brauchst du ja so einen Rednerpult für deinen Priester, ne? Ja, das stimmt. Was ist das? Coole Sache, der. Ich hab das Katze da auch und auf die Seite da auch. Da war eins und ist ja zu Hause. Und, Kid, danke dir fürs Followern, mein Dude. Der geklappte Mito-Urchenöffner ist mit dem Dinger aber gelaufen. Jetzt, wo sie hier pennen. Und die Bücher brauchst du nicht mehr? Nee. 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 Was denn? Du warst schon mal bei mir unten, oder? Ja, schon, aber das kann ja sein. Arkan, der Golem. Ey, die Ideen, ne? Weißt du, aber die Idee, dass Kirio an sich ein Golem ist, gefällt mir irgendwie noch am besten. Na ja, er ist klopig, aber hau zu. Wo hab ich die Körner her? Das Schlimme ist ja, es gibt ja tatsächlich Comments, die man eingeben kann. Das hat Auron auch schon mal hier auf dem Server gemacht. Dann kannst du zumindest Füchsen zurück in die Schnauze drücken. Ich weiß auch nicht, ob das bei Hunden geht. Also rein theoretisch könntest du dann halt einem von den Viechern ein Schwert in die Hand drücken. Sick. Ah, Pokémon-Schwert-Schildner. Ja, das Ding ist ja, ich meine, hast du nicht einen Hund, der Majima heißt? Ja. Denk weiter. Oh boy. Denken sie groß. Denken sie groß. Denken sie Majima. Wir bauen Scheiß. Das könnte eigentlich hier so mein Modus sein. Ich baue Scheiß. We build shit. Kereo Beast-Style. Also im Grunde ja. Das alte Biese. Machen wir so. Machen wir auf Hype. Ja, jetzt haben wir halt ja, Kereo hier rumdackeln. Gürio. Und ein Fisch. Aquarium. Fisch-Aquarium. Also Worte. Worte sind schwer manchmal. Na ja gut, kann man auch benutzen. Ich meine, es gibt auch Hummer-Aquarien. Komm. Ey. Ach ja, man kann Betten nicht stacken. Da war ja was. Wieso gibt es kein Hochbetten-Mod? Na ja, Hochbett kannst du ja an sich machen. Also das ist ja nicht das Schwere an der Sache. Na gut, Vivi plärrt auch allen Naselangen rum, dass sie einen Rucksack haben möchte. Mit Diddle-Maus-Motiv. Rucksäcke wären mega praktisch. Die halt öfters mal nach Hause, Mensch. Man bounced auf Betten? Seit wann das? Das ist noch nicht so lang drin, glaube ich. You bounce on the bed. Oh mein Gott, geil. Hm. Ich habe mir gerade einen Diamant-Helm entschartet. Ich habe Atmung 3 und Feuerschutz 4 bekommen. Cool. Ich habe gerade Feueratmung verstanden. Das heißt also, während sie im Meer nicht ertrinkt, ist sie feuerfest. Also. Hm. Ja, das, das klingt nach einem Szenario, das sehr glaubwürdig ist. Ja. Das könnte fast passieren. Ich muss jetzt vor allem langsam mal den gesamten Scheiß-Dings hier entfernen. Kackscheiß. Den gesamten Kackscheiß. Ich habe immer noch den ganzen Schnee in meiner Bude. Schnee im Sommer, ist klar. Ja, ich wohne auf dem Berg. Da schneit es. Hm, hm. Das ist auch ein Aufmöpfung-Papagei, der ständig alle Hadus bringt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Captain Hanuta und so. Captain Hanuta? Ja. Jet Flash. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Oh nein. Weißt du, was denn echt schlimm ist? Na? Diesen Spruch von wegen so und so viel Uhr in Deutschland erst mal das und das essen. Das war in einer uralten Werbung, ich glaube, 60er, 70er Jahre eigentlich ein Wahlspruch von Mars. Echt jetzt? Ja. Beim Wahlspruch? Damit haben die geworben. Oh, Junge, so und so viel Uhr morgens. Erst mal ein Mars. Denn Zucker ist gesund für euch. Das war noch so diese unschuldige Zeit. Ach so, ja, ja. Ich verstehe schon. Zucker macht mobil. Kann ich nicht? Okay, ich kann diesen Toaster hier auch an, hier oben ranhängen. Das ist nice. Super Toaster. Reparieren und entzaubern. Ach so, ne, entzaubern will ja nichts. Nimm Mars, gib Gas. Nimm Mars, hab Spaß. Hallo. Okay, ich gehe jetzt auf Monster Hunter. Was tust du? Ich will Monster jagen gehen. Bibi, ich spiele jetzt Monster Hunter. Ich gehe auf den Kriegsfahrt, den Kriegsfahrt, den Kriegsfahrt. Ich bin auf Level 29, ich muss wieder auf Level 30 kommen. Das klang auch gerade so, ich bleh. Was? Das klang gerade bei dir so. Ja, aber Internet ist heute scheiße. Ne, du hast dich selber so abgebrochen gehabt. Das war das. Okay. Du warst dann gerade so, ich bleh. Ich bin sorry. Alles gut. Wahrscheinlich hat sie auch gerade so diesen Trommel-Revolver-Kult als Ladebalken gehabt. Revolting Ocelot. Oh, ein XP. Ein XP. Zeigt euch Monster. Ich will kämpfen. Hallo Katze. Sammy. Ich überlege gerade was. Ich habe nämlich noch so eine Idee. Ich möchte hier oben auf meinem Dach ein paar Schneemänner haben. Oh Gott. Ein paar Schneemänner. Du weißt aber, dass sie hier stiften gehen. Immer? Kann man das nicht verhindern? Also die furzen gerne durch die Botanik sehr oft und gerne. Ob sie jetzt mittlerweile so ein Revierverhalten haben? Ich glaube es mal nicht. Ne, ich meine jetzt nicht unbedingt Revierverhalten, aber ich meine, man wird sie doch wohl irgendwie festhalten können. Na gut, du kannst sie einzäunen. Ja, ja, das meine ich ja. Das müsste doch gehen. Also frei rumrennen lassen, dann hast du sie so schnell lang gehabt. Ne, das ist klar, dass die dann sich verpissen. Freiheit, fick dich ins Knie. Komm mit uns, Papagei. Danke, liebes Wasser. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Scheiße. Wäre ich doch nur eine Pfütze. Sagte das Wasser. Und zum Dank pinkelte der Wanderer in den Bach. Genau. Und deswegen, liebe Kinder, ist halt kein Wildpiesler. Ich glaube, Kirio gefällt seine Wohnung. Er guckt schon die ganze Zeit eine Wand an. Vielleicht überlegt er, wie oft er dagegen boxen müsste. in der einen Szene aus Kiwami 1. Kann sie nicht mitkommen, sie wird wirklich niemanden stören. Tut mir leid, es ist wirklich gegen die Geschäftsführung. Boom! Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh Handy. Wobei eigentlich das Akkurateste, was hätte kommen müssen, sowas wäre wie, das ändert gar nichts. Und dann hätte er fliehen gelernt. Ich könnte natürlich nochmal so eine Schicht Bricks hier quasi machen. Und dann Zaun. Das ändert das ganze Game. Ja, für mich schon. Fuck you. Das bringt uns auf ein ganz neues Level. Yes. Und jetzt ein Wasserdungeon. Wieso willst du mal ein Wasserdungeon? Weil es dich abfacken wird. Weil Wasserdungeons scheiße sind, deswegen. Genau! Niemand mag Wasserdungeons. Nein, Vivi, du lügst. Hab ich irgendwas gesagt? Ich kann in die Zukunft sehen. Jetzt wirst du rumdiskutieren. Na super, hol es King Crimson. Jetzt wirst du sagen, nein, wollte ich nicht. Shadow wird weiter unlustiges Zeug sagen. Leute werden immer noch nicht antworten. Wabba glabba hui. Ist mein Minecraft kaputt, dass hier nichts spawnt? Was? Es ist mitten in der Nacht. Ich renne hier durch die Gegend, wo nichts beleuchtet ist. Mir ist kein einziges Monster. Normalerweise freue ich mich, wenn sowas ist. Bei mir ist sowas Dienstag. Hör mal. Ja, das Ding ist, ich versuche gerade XP zu farmen, damit ich dann noch mal was entschaden kann. Aber es spawnt keine Monster. Gequaz war. Wie viele Möbel fehlen dir? Ich bin nicht in den Nässer. Der Nässer stinkt. Ähm, Vivi, mal ganz doof gefragt, wie viele Möbel fehlen dir? Tach, gar nichts. Hackbraten, moin moin. Und vielen Dank für die Bits. Äh, nur ein kleines bisschen, ich bin auf 29. Dann schnapp dir einfach ein paar Koppels da und so schmelzt die Dinger ein. Okay. Oh, da erwartet, ich hatte gerade eine f***ere Idee. Oh, scheiße. Oh nein. Ich schnapp mir jetzt erstmal 10 Zentimeter Karotten und vermehre meine Schweine. Ah, die Schweine. Du machst Erfahrung auf dem Wohlbefinden deiner Tiere? Ja, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Wie? Das ist voll der Influencer-Move hier. Guck mal, mein Tierchen, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich wette, sie zahlt auch keine Steuern. Und bestimmt hat sie ihr Schweinchen gar nicht so lieb, wie sie immer tut. Echt mal, wahrscheinlich verkauft sie ihr Badewasser. Ja, nee, wenn ich so weit sinke, dann erschießt mich bitte. Wie, wie badet? Ich dachte, die duscht. Ja, stimmt auch. Wird gern baden, aber meine Wanne ist halt too small for some big asshole. Stell dir mal vor, wir werfen wie wie in der Badewanne, die Haare quillen auf, du hast in eine Nudelterrine. So funktioniert das nicht wohl. So eine Scheiß, der Wassertempel an sich ist ja nicht so das Schlimme, es ist einfach im Original das Design davon ist einfach so. Ich meine, das Design ist nice, aber es ist halt dieses hier ständige Pause, Menü, Pause, Menü, Pause, Menü, das ist eine für die Schuhe. Das ist halt das, was Leute nervt. Warte mal, warum bist du jetzt, habe ich dich da oben gelassen? Vielleicht? Oh Gott. Ich brauche mal echt mehr Name Tags, aber die Dinger sind so selten. Ich verstehe auch nicht, warum du dir die nicht, na gut, wenn Sachen dann nicht die spawnen. Na schon dezent mächtig irgendwo. Es ist halt auch schon was, wo du dann halt auch wirklich wertschätzt dann. Es ist schon relativ mächtig, yes, aber EA würde einfach daherkommen, du willst ein Name Tag, gib uns 50 Cent. So in etwa, ja. Kiryu mag seine Bude, ich merke es schon. Guck dir immer noch die Wand an. Ja. Ich glaube, dass ich im Namen vertan, es ist Bernd das Brot. Das kann natürlich auch sein. Er hat sich verändert, jetzt hat er eine harte Schale. Ich möchte auf jeden Fall heute noch die, äh, die Grund, also den Grundriss fertig machen heute. Mal gucken, entweder reicht das jetzt schon. Wobei, warte mal, wenn er aus Metall ist, dann müsste es sein Schwibbschwager sein. Wer hat die Brotbox? Wer hat die Brotbox? Das ist nicht real, oder? Ich habe keine Ahnung. Also er hat einen debilen Schwager, soweit weiß ich es noch. Oder Bruder, oder irgendwas in der Richtung. Der war ein Brotkasten? Nee, nee, das war auch ein Brot, meine ich. Oh Gott, das ist so lange her, dass ich die Folgen mal geguckt habe. Ja, das, äh, den Dickmove hier von Activision, den habe ich auch schon mitbekommen. Was haben sie jetzt wieder gemacht? Aber gut, es ist Activision, also ehrlich gesagt, wundert es mich nicht so sehr. Nee, ähm, Crash Team Racing Nitro-Fueled, eigentlich hatten sie gesagt, also hatte Dings gesagt, hier Activision, ja, für dieses Spiel wird es keinerlei Microtransactions geben. Jetzt haben sie dann natürlich die ganzen, äh, guten Reviews dafür abkassiert, für das Spiel. Und jetzt wisst ihr was? Ihr wisst ihr was? Ihr könnt euch jetzt die Scheiße kaufen. Ihr müsst es ja nicht tun. Nee, Nächster, bitte! Das ist ein Hackbrat, danke für den Zap, mein Dude. Nee, weißt du, wir verkaufen dir nur die Lösung für, für ein Problem, was wir selber erstellt haben. Na, ihr müsst es nicht machen, nein. Ist schon klar, müssen tun wir es nicht, aber ihr verkauft uns immer noch die Lösung für ein Problem, das ihr erschaffen habt. so fucking fuck. Ja gut, die Scheiße hat ja damals EA genauso abgezogen. Oh, wir machen ein neues SimCity. Was, wir haben es so programmiert, dass ihr ein DLC kaufen müsst, damit euch der Verkehr nicht killt? es ist ein Micha. Ein Micha. Deswegen, Activision guckt sich aktuell echt ein bisschen viel von Sachen wie hier Dings ab. So von EA. Generell, wenn man es mal überlegt, aktuell machen voll viele Publisher so diesen ja, ultra dick Move. So das Motto erst mal sagen, ja, machen wir nicht. Glaubt uns. Und kommen sie in die guten Reviews draußen, schon kommt der Bullshit. Also da haben man sich Leute, dass manche sagen so, ja, DLCs sind scheiße. Man kann ja auch verstehen, dass Leute dann absolut keinen Bock haben, wenn sie irgendwie, wenn sie die Worte Season Pass und DLC hören. Weil mittlerweile wurde ja so viel mit dem Verbraucher da schabernack getrieben, was das angeht, ist das ja schon nicht mehr feierlich. Kirio, gehst du von meinem Bett runter? Das ist mein Bett. Ich mag Orange, ja? Orange ist nicht so deine Farbe. Wumpa Coins durch normales Fahren, 20 bis 80 pro Strecke, aber Karts und Charaktere kosten 1000 bis 2000. Ja, eben. Und da hängst du halt. Das dauert halt. Aber ich denke mal, das ist ja nicht so das Problem. Anstatt irgendwie, wie gesagt, das Problem zu fixen, von wegen, ja, die Coins erscheinen unregelmäßig oder halt sowas. Anstatt das zu fixen, einfach sagen, ja, wisst ihr was, wir verkaufen euch einfach die Lösung des Problems. Was wollt ihr dann machen? Das ist halt diese Arschloch-Move. Ah, sie movt dort nicht. Ja, das ist es halt. Und wirklich, es hätte niemanden interessiert, wenn sie jetzt einfach gesagt hätten, ja, wir machen hier, äh, machen DLCs von Anfang an. Das wäre ja nochmal was anderes gewesen. Ja, aber wenn ich halt vor Feierlich verspreche, dass das eben nicht der Fall ist und dann plötzlich 360-Grad-Drehungen mache. Ja, eben, das ist halt der Punkt. Das ist halt schon so. 80. Weil bei 360 wärst du bei dem, was du genau gerade jetzt hast. Ja, aber dann tun sie es trotzdem. Und erzählen die immer noch, dass sie es nicht machen. Ich meine, das ist, glaube ich, eher der Punkt, wo Leute abfuckt. Das ist genau wie, ähm, wie ein Repräsentant von Konami geschrieben hatte, äh, in einem Vlog oder wo auch immer. Ich glaube, in einem Interview kann das auch sein. Weiß ich gerade nicht mehr. Äh, meinte von wegen, ich verstehe wirklich nicht den Hate, den Konami aktuell bekommt. Ich werde auch nur dafür bezahlt, für Konami zu schreiben. Und da denke ich mir so, Digga, du verstehst das nicht? Let me tell you a few stories. Es gibt so ein paar Punkte, wo ihr massiv abgeschmatzt habt. Und massiv ist da noch nett ausgedrückt. Und spätestens, wenn ihre Firma endlich den Bach runter geht und Koji immer sich denkt, oh, ich kaufe euch auf. Ah. Na ja, dafür muss erst mal äh, Death Stranding überhaupt was werden. Wie weit ist das Spiel jetzt eigentlich? wird da schon was angekündigt, wann das rauskommt? Hm, keine Ahnung. Och Gott, ich bin doch gar nicht up to date. Auch nicht. Wie gesagt, Death Stranding, muss ich ehrlich gesagt sagen, interessiert mich auch nicht wirklich. Weil, ich sehe das Spiel und nehme mir so, ah cool, Kojimas feuchter Traum. Baby in the Bottle und so. Hallo. Ja. Also jetzt ohne Scheiß, ich will ja hier Death Stranding nicht sinnlos runterreden, ne? Aber gut, solange der nicht weiß, was es ist, dann weißt du halt nicht, was es ist. Ne, eben. Und aktuell, sagen wir mal ehrlich, hat schon, hat irgendwer einen Plan, was das werden soll? Nicht wirklich, aber ich weiß, was er sich bemühen wird. Ja, das möchte ich auch nicht, das möchte ich ja von Kojima auch nicht anzweifeln, dass er sich nicht bemüht, um Himmels Willen. Der Typ hat trotzdem immer noch legendäre Spiele gemacht, um Himmels Willen. Das möchte ich ihm ja auch gar nicht hier vorlegen. Aber, Leute überhypen dieses Spiel einfach und ich sehe genau, wohin das laufen wird. Leute überhypen Death Stranding und dann kommt es raus und dann denken sich alle so, was ist das? Baby in the Bottle, what? Das Ding ist, ihm kann man es ja nicht vorwerfen. Er macht eigentlich das, was man am besten machen kann. Die Leute richtig schön ratlos dastehen lassen. Jetzt vergleichen wir das mal mit jedem anderen Scheiß, der zu Tod beworben wird. Ja, natürlich, aber wie gesagt, das kann auch arg in die Hose gehen, wenn Leute einfach nachher anfangen, das Spiel zu überhypen. Das ist dann aber deren Problem. Ja, da tut er ja aktiv nichts für. Wenn es dann halt so ein Dick-Move ist, wie damals, von, oh Gott, was war das? Activision, wo damals Norman Sky rausbringen wollte? Äh, ich glaube, also halt der Publisher, wo es zu Tode gehypt hat im Vorfeld. Ich glaube, das war aber nicht der Publisher. Ich glaube, das war der Typ selbst. Nee, nee, das war vom Publisher. Die haben ja gesagt, oh, das wird so genial und überhaupt und das bringen wir dann und dann raus. Leider muss ich mich schon wieder verziehen. Schönen Tag, No. Alles klar, Herr Frater, bis denn. Schönen Tag noch und danke für die Bits nochmal. Das war ja der ganze Witz damals bei No Man's Sky. Die haben gesagt, das und das wollen wir reinmachen und der Publisher so, ja, dann wird es rauskommen. Stimmt, ich glaube, ja, ich erinnere mich. Wobei, ehrlich gesagt, wobei ich ja mittlerweile gehört habe, No Man's Sky ist mittlerweile ja so eine richtige... nachdem sie endlich mal mit zig Patches endlich mal das drin haben, was sie damals ursprünglich als Basispaket haben wollten. Aber die Scheiße hätten sie gar nicht gehabt, hätte der Publisher noch mal sich gesagt, oh, das kommt dann raus. Na, stimmt schon. Aber ja, zurück zum Punkt, hier, Kojima etc. na, wie gesagt, ich will jetzt nicht runterreden, aber so von dem, was ich bislang gesehen habe, ich würde es mir noch nicht kaufen. Ja klar. Also, erst mal abwarten und gucken, was es ist. Also, da bin ich, ganz ehrlich, da warte ich, bis das Spiel raus ist und die Reviews draußen sind. Erektil, Erektil, vielen Dank dir fürs Followen, mein Dude. Ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt nicht gebutchert. Gebuttert? Gebuttert. Ja, das passiert bei mir. Hier im Spiel werden Namen gebuttert. Ich hasse es, wenn er Namen buttert. Ich hasse es, Namen zu buttern. Aber ich muss mal, dringend bei mir den, den Font ändern. Ja, ich habe ja jetzt hier, äh, viel mache ich ja mit diesem Edo-Schriftzug, halt dieser Yakuza-Schriftzug, ne? Edo. Edo. Oh nein. Hire a Samurai. Oh nein. Ich glaube, das würde sich auch gut machen, wenn ich das halt als Dings habe. Als hier, so schnell. So, das ist jetzt eine grobe Gesandversorgung. voll aus. Grobe Schleichwurst. Ja, also, ne, No Man's Sky war ein Fehler. Also, da haben die echt scheiße gebaut. Das ist leider Gottes was, wo ich viel zu oft sehe. Mit Werbung Totscheißen, Deadlines setzen, wo die Leute, wo das programmieren müssen, danach erst mal ein Jahr lang in psychische Behandlung müssen, weil sie tot sind. Ja, das ist aber halt auch so was, wofür Konami leider sehr infamous ist. Ja, nicht nur die. Das ist ja leider in der Szene Gang und Gebe, was ich absolut nicht gut finde. Das Problem ist, sowas kriegst du ja leider erst mal mit, wenn das Spiel draußen ist. Eben. Da muss ich tatsächlich sagen, jetzt mal ungeachtet, wie jetzt das nächste Spiel werden wird. Aber das rechne ich Kojima wirklich groß an, dass er sagt, wisst ihr was, ich mach die Scheiße nicht mit. Wir sind fertig, wenn's fertig ist. Ja, ist auch richtig so. Finde ich ehrlich gesagt besser, als wenn dann solche brutalen Crunch Times rauskommen. Ja, aber da hast du wirklich so diesen Unterschied, wo du die Leute siehst. Ein Typ in Anzug ohne Ahnung und einer, der es von der Wiege selber gemacht hat. Der weiß das noch mehr zu schätzen. Das ist halt wie so ein Chef, der selber in dem Bereich gearbeitet hat. Der weiß halt, wie das ist. Und dann halt nicht denselben Fehler macht. Deswegen, um Himmelswind, das rechne ich Kojima auch hoch an. Aber halt, wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der sich sagt so, oh, Death Stranding, boah, ja, geil. Und ich denke mir so, it's a baby in the bottle, what the fuck. Ist das baby in the bottle? Ja, der weiß man halt auch wirklich nicht. Man weiß, der Typ hat irgendwie so ein Notfallbaby in so einer Kapsel. Und ich denke mir so, fucking baby in the bottle, was ist dein Plot? Baby would the gun, baby would the gun. Ich muss sagen, also von denen, ich habe ja die Trailer auch gesehen und diese Trailer schreien einfach gerade zu Kojima. Also. Das hat halt so richtig schön mein Fuck. Sowas sind einfach so im Spiel so ein paar Easter Eggs eingebaut haben, wo einfach so ein paar richtige Jabs gegen hier, gegen Konami sind. Das würde mich absolut nicht wundern bei dem Kerl. Ja gut, im Prinzip solche Sachen gab es ja früher sogar schon. Dings, bei der Ultima-Reihe, bei einem der Teile, gerade als die aufgekauft wurden, das Studio war ja damals Origins, du kennst das, das ist der heutige nur noch ein Client. Also im Prinzip in einem der Teile hatten sie eigentlich den Kampf gegen den Aufkauf vom Arbeiten. Wie dreckig sie alle behandelt wurden. Das ist schon irgendwo sick. Hm? Das ist echt interessant, also so als verpackte Story, wenn man so die Hintergründe kennt. Apropos, wettet ihr Borderlands 3 eigentlich im Stream spielen? Erst wenn es, erst, die Diskussion hatten wir schon etliche Male. Erst wenn es, erst mal muss es rauskommen, erst mal muss es bei überhaupt jedem laufen, erst mal muss jeder Bock haben und Zeit und schönes Sommerwetter und äh. Also ich sag sowieso, so böses klingt, aber so ein Vier-Mann-Ding ist mehr als nur unwahrscheinlich. Also die Pro- Fuck! Die Chance, dass wir ein Vier-Mann- Stream-Projekt daraus machen, stehen eigentlich auf null Prozent. Weil da so viele Leute, die Leute jedes Mal dafür zusammen zu kriegen, die Chancen stehen gleich null. Also da muss ich gleich schon mal die Bubble zerbrechen. Das wird nicht passieren. Und das ganze Thema mit ja von wegen Dings ja Bimblebob und deren scheiß schöner Launcher, wo ja jeder so toll findet, außer ich. Und da muss ich tatsächlich mal wirklich ein bisschen böse sein, wenn ich das Kind dein Namen nenne. Aber bis es mal überhaupt so weit sein würde, hat jeder das Ding schon 30 Mal woanders gesehen und das allererste, wenn du das streamen würdest, geh mal da hin, dann passiert das! Ja, so in etwa. Das sehe ich auch leider kommen. Mir da per Stream das gesamte Spiel vorgehen zu lassen, da weiß ich auch nicht. Ist das jetzt Live Reaction für euch oder wo ist der Sinn? Ja, so ein bisschen. Also, ist ein bisschen funky. Borderlands 3 ist schwierig. Ist ein schwieriges Thema. Also am besten spielt es selber und genießt es. Es wird wahrscheinlich nicht schlecht sein. Also, ich freue mich drauf, auf Wacken wurde einem auch ständig Borderlands 3 Werbung in die Presse gehalten. Auf Wacken. Aber, wie gesagt, erst, wenn es auf Steam raus ist. Was hat Wacken mit Borderlands 3 zu tun? Alles. Es lief dort Werbung dafür. Auf Wacken gab es einen eigenen Videospiel-Area. Das ist cool. Wacken ist doch jetzt Commerz geworden. Die nehmen Geld für den Eintritt. Hallo. Ich habe schon zu Michael gesagt. Ich sehe es schon. Komm, ich habe für dieses Jahr Wacken keine normale Karte, sondern eine Ausstellerkarte. So wie das bei dem mit der E-Sport-Area weitergeht im Moment. Hold your fucking phone. E-Sport-Area? Ja. Das finde ich irgendwie cool. Also, wenn sie jetzt noch Brutal Legends E-Sport-mäßig rausbringen, große Firmen werden sich das hier nicht entgehen lassen. Nö, klar. Wacken ist immer noch ein Riesending. Und ich wir kennen alle Crapcom. Och, Capcom macht aktuell ist auf einem guten Weg. Gein. Ich kenne andere Infos. Halb anderer guter Weg. Komm, jetzt wollen wir mal nicht vergessen, was dieses Jahr rausgekommen ist. Fieks, denk immer dran, es gibt die eine Seite der Firma und dann die Vollspackos in den Anzügen. Die Vollspackos in den Anzügen sind scheiße. So will ich das hören. Ja, so ist es halt nun mal. Aber du darfst halt nicht vergessen, dieses Jahr sind verdammt gute Sachen rausgekommen. Im Übrigen, darf ich euch mal aufklären, was da noch passiert ist bei mir in der Resi-Gruppe, wo ich beleidigt wurde. Hä? Die Community-Managerin hat sich eingeschalten und hat Leute aus der Gruppe geworfen. Sick. Oh. Und hat sich dann noch, äh, bei mir hat sie mich noch angeschrieben und ist bei mir entschuldigt, dass sich da Leute so einen Turm vergriffen haben. Gut. Wenn man sich halt wie ein Huso benehmen muss, dann muss man damit leben. Ja, dann wird man halt auch wie ein Huso behandelt. Huso-Modo. Beacted wie ein Huso oder ist ein Huso? Was? Ähm. Quasi Huso. Quasi Huso? Mega Digitation. Quasi Huso, Alter. Er ist quasi ein Huso. Er ist aber nur quasi ein Huso. Quasi-Khuso. Benehmt ihr euch wie ein Huso oder werdet ihr wie ein Huso? Aufbehandelt. Stop. You wanna dropkick, people? You get the kick in the dick. Dropkick, test your mind. What is this dickkickery? What is this dickkickery? What is a dropkick? What is a dick? Ah, hier fehlt noch ein Stück. Scheiße. What is a man? Van. Ah, put the legs. Habe ich gerade einen Mod bei mir oder muss ich es selber machen? Was denn? Oh wow, zwei sogar. Dildos kommen im Doppelpack. Oh, Arschvibrator. Ja, nö, ich möchte nur mal kurz Aufmerksamkeit auf den Chat richten. Dildos kommen im Doppelpack. Das ist nice. Habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Was ist denn? Ich bin gerade nicht im Chat. Ich habe niemanden, ne? Moment, ich komme bei dir in den Chat rein. Was ist denn passiert? Ich gucke, ich warte noch mal kurz. Ich glaube, ich habe gerade echt keinen der Monster. Was, Angel ist nicht da? Er ist nicht, Angel ist sich omnipräsent. Nein, okay. Ah, ja. Oh ja, da hat er mich ja jetzt. Achso, Angel, magst du bitte zweimal feuern? Wir haben zwei Idioten im Chat. Der Nutzer stören. Ich müsste mal gucken, ob ich nebenbei den Stream anmachen kann. Warte mal. Für wahr könnte man denken, dass diese Flachföhle von einer Bettpfanne gegrüßt wurden. Na, ich glaube, da hat es... Was ist das Bettpfanne? So ist das Problem, wenn du deinem Schwanz so tief in deinem eigenen Arsch hast, dass du nicht mehr weißt, wie du erkacken sollst. Ich habe jetzt immer noch keine Ahnung, was sie jetzt wollten, aber ich glaube, es ist das Bessere. Ach, das... Ich habe auch keine Ahnung. Ich verstehe solche Leute nicht. Das nennt sich Pubertät, Leute. Nee, sowas nennt sich Being a Huso. In Germany we call it Sackgesicht. Ah, Trump. Arschlöcher trifft es wohl auch gut. Oh ja, ich doch. Das ist das Schöne an Deutsch. Du kannst viele Dinge sagen und es immer gleich meinen. Ich fände es halt nur mal interessant, dass... Ich verstehe diesen Weg einfach nicht. Ich glaube, ich werde es auch nie verstehen. Weißt du, die Leute rennen durch Twitch, suchen sich random Leute und posten so eine Scheiße. Obwohl sie genau wissen, da werden sie innerhalb von Sekunden für gebannt. Ergo, es wird null Effekt haben. What so ever. Ja, aber dann fühlen sie sich geil, weil sie zwei Sekunden beachten bekommen haben und zwei Klicks wert sind. Oh, das sehe ich ein bisschen anders. Hallo, du hast zwei Handgriffe machen müssen. Das ist Beachtung. Ich habe Mords. Oh, ich habe Mords. Ich musste keinen einzigen Handgriff machen. Ja, aber in ihrer Vorstellung, Shadow. In ihrer Vorstellung. In ihren Herzen. In ihren Herzen. Können sie hier einlutschen. In ihren kann es ja nicht sein. Zugucken. Hi, hä, mh, mh, bedeutet Herz. Das war, was hast du gemacht? Arschlöcher sind passiert, Horox. Arschlöcher sind passiert. Ah. Ja, das sind so diese typischen, ja, kriegshungrigen Amerikaner. Ich fahre jetzt mal dieselbe Schiene, ja? Also, die haben mir so schöne Schienen vorgelegt. Ich will mal wissen, wie das da drauf ist. Boah, immer diese Amerikaner wollen immer nur Krieg. Findet ihr schön, die ganzen hier Afghanen umzuschießen? Findet ihr das witzig? Hm? Witzig? Ha? Toll. Ja, seht ihr, ist nicht so so. Witzig, witzig. Ha, la, 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 la. Gehe ich jetzt mal so nach diesen Videos, die geleakt wurden? Ja, finden sie ziemlich witzig. Weißt du, und dann sitze ich hier und nehme so, ja, wow. Ne? Digga. Hitler did something a few years ago. Was soll ich jetzt dagegen tun? Nach dem Motto, einen auf Terminator machen, in der Zeit zurückreisen und den Typen umballern, oder was? Wenn du es kannst, wäre das echt geil. Mach mal. Natürlich, also. Du musst doch, kannst doch jeden in Deutschland, außer er kommt aus Sachsen, fragen, würdest du in der Zeit zurückreisen, um Hitler zu erschießen? Jeder würde wahrscheinlich mit Ja antworten. Nichts gegen Sachsen, was soll? Ne, nichts gegen Sachsen, aber sorry, es ist halt so dieser, ich habe letztens gesehen, Sachsen ist zum Verkauf angeboten worden. Leider ein bisschen braun angelaufen, aber sonst noch gut intakt. Okay. Ja? Ach, sorry. Ach, shit. Scheiße? Wo ist Scheiße? Ich sehe keine Scheiße. Nee, ich... Mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe die Brücke hier falsch gebaut. Ah. Über die Brücke. Musch du über die Brücke gehen. Ich will nicht meine Hausarbeit schreiben. Musst du, Ara! Ich weiß! Spiel nicht das Lernvermeidungsspiel, da sind wir besser drin. Kann ich hier draus? Du hast eine ganz gute Arbeit auch, von Wacken, ey. Das ist ganz so sch... Wolltest du nicht in Wacken lernen? Wir reden nicht darüber. Wir reden nicht über Wacken. Wir reden nicht über den Boxclub. Okay, alles klar. Wir reden nicht über den Boxclub. Vivi, du kennst das doch. Du hast dieses Gefühl, dass du irgendetwas Elementares auf dem halben Weg vergessen hast. Das ist mein gesamtes Leben, Hol, das brauchst du mir nicht zu erzählen. Dein Leben vergessen? Traurig. Ja. Vivi hat gesagt, er hat meine Tasche eingepackt. Was die denn? Ja, jetzt... Wer called Dips, das heißt, mit Absicht gemacht hat? Keks? Ja? Ich möchte jetzt nicht böse sein, aber du kennst diesen Nacktmull. Du weißt, dass man ihm keine Tüte milch anvertrauen kann, ohne nachzukontrollieren. Was war das denn gerade? Angry Keks-Noises, oder was? Babysip heißt nicht, sich auf das Baby zu setzen. Problem ist, ich weiß nicht mehr, wie ich schreiben soll. Benutzt am besten... Ja, genau, nimm Worte. Ich hatte für den Moment Angst, hab das gesagt, ich weiß nicht mehr, wie man schreibt. Whale Keks. Das auch. Worte sind doch schon sowas von out. Nimm Torte. Ich meine, nimm Worte. Sprich mit den Worten des Herzens. Wili, das ist Disney. Ja, und? Disney hat mir mehr beigebracht als die Schule, Alter. Ich glaube, wenn Keks es anfängt, Disney zu zitieren, hat sie es verkackt. Äh, ja. Aber viele Leute cosplayen von Disney, also. Es hat aber nichts mit dem Stress zu tun von Cosplayern. Richtig, ne? Ja. Ich meine, was soll da bestens bei rumkommen? Sie geht in den Raum, legt ihr ein Stapel Papier auf den Tisch, kickt einfach den Lehrer aus dem Fenster und kommt dann mit Mufasa. Ich tötete Mufasa. Na, 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 na. Sag mal ganz ehrlich sein, manchmal finde ich es witzig, wenn solche Deppen vorbeikommen. Manchmal ist es ein bisschen witzig. Es ist halt auch so ein Relativ-Check. Okay, es gibt doch noch größere Flachflöten. Ja, vor allem, weil die immer glauben, das tut mir irgendwas. Also mal glauben, das schadet mir irgendwie. Naja, es verschwendet zwei Sekunden an der Aufmerksamkeit. Ich finde das bei solchen Leuten immer nur schade, ich finde das bei solchen Leuten immer nur schade, dass man denn diese Realisierung hat, dass nicht nur diese Flachpfeifen, sondern auch deren Eltern komplett versagt haben im Leben. Ja, ja gut. Wenn man sich halt seinen Lebtag nicht für das interessiert, was man dann mal aus, was sie bekommen hat. Und deswegen, Leute, wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, wie man Kinder großzieht oder auch nur einen von Sozialverhalten habt, lasst es. Es gibt sowas, das nennt sich Kondome, lasst es. Wenn ihr nicht wisst, wie man Kinder haben soll, gibt es einen Tipp. Schlucken. Wow. Das könnt ihr, das dürft ihr gerne in den Zitate-Channel packen für die restliche Generation. Ist nämlich, dass wir in einer Stufe mit die Blowjobs und Missfeer? Ja, darauf will ich jetzt wirklich zu sprechen kommen. Wenn ich zu dir komme, wir trinken wieder Blowjobs. Oh Gott, der wirst aber hart zu schlucken haben. Schöne, du mehr als ich. Keks schluckst runter. Was gerade mit Geräusch. Angry spitting noises. So. Die Milchbars eröffnet. Ich hätte jetzt super gerne einen Schokomilchshake machen. Mit Kuchen geschmackt. Kuchen geschmackt. Das should do it. Aber wie wie, dann wollen wieder all diese fremden Typen in deinen Garten. Lol. Mein Milchshake-Brings ist das, was ich so sicher hatte. Das sieht jetzt immer noch scheiße. Das Ding ist, ich hab nicht mal so einen großen Garten, dass das so viele Leute reinpasst. Das ist nicht mal mein Garten. Sad truths. Vivi hat gar keinen Garten. Ja gut, was soll schlimmstenfalls passieren? Dein Vater steht draußen. Ravende Menschen in meinem Garten. Der hat das Tor offen gelassen. Ravende Menschen. Das war so heimlich. Die Laugh-Pamil in deinen Garten verlegen. Ich will da keine tot zertrampelten Leute in meinen Garten haben. Danke. Die sind guter Dünger. Klingt doch auch mal an die Blumen. Schlucken ist die Antwort. Genau. Die Antwort auf all deine Probleme. Schluck's runter. Angel hat's verstanden. Ach Mensch, Angel ist wieder da. Kaum geht's mal ums Schlucken. So. Warte, der Kontext ist seltsam. Nee, das können wir so nicht stehen lassen. Endlich ist dieses Haus beziehbar. Fuck. Hast du's auch ausgeleuchtet? Ja. Wird's in den Planen drüber hängen oder warum wird das beziehen? Hast du's denn auch schon eingeräumt und seinen Verkaufswert auf S gesteigert? Kirio ist schon ganz hippelig? Kirio ist schon ganz hippelig. Nein. Why? Why? Das mach ich ja jetzt. Jetzt kommt ja der Part, aber nicht mehr heute. Also, ich mach hier sowieso jetzt nur noch Kleinigkeiten. Das Haus ist ein halber Zoo. Oh, guck mal, es sind zwei Hunde, ein Kirio und ein Vogel. Das eine hat nicht mal einen Puls. Ist Keks gestorben oder was ist passiert? Ja, bin ich. So theatralisch in Sterne-Schwarn-Pose. Nein. Ich schreibe eine Hausarbeit-Pose. Angry Hausarbeit-Läuses. Also, ich weiß nicht. Also, Keks stelle ich mir irgendwie so vor, vier Uhr nachts startet sich dieses Blatt an. Do something! Äh, nicht ganz. Wie heißen die? Wie heißen die, diese Bilder denn? Welche Bilder? Die du an die Wand machen kannst. Frames? Gemälde, hier. Ach, die gehen unter Gemälde. Ach so. Ja gut. Das sind meine gewöhnlichen Bilder. Ja, es sind beschissene, rumgebastelte Bilder. Keks ist gerade wie Spongebob, der sein Essay schreiben soll. Der. Problem ist halt einfach wirklich, ich sitze hier ja echt schon fast zwei Monate dran. Ich habe in Wacken gelernt, dass... Hol das Maul. Ach, wenn du wütend bist, arbeitest du besser. Aber auch wenn es mir weh tut als dir. Eigentlich kann man voll nicht arbeiten, wenn man emotional aufgewühlt ist. Und von bräunen Menschen angeben ist. Du hast hier jemanden, auf den du zeigen kannst und sagen kannst, dir ist es schuld. Ja, aber trotzdem bringt es dich ja nicht weiter. Ja, aber es hilft zum Ablenken. Ja, das soll ja nicht ablenken. Du sollst ja deine Hausarbeiten machen. Es lenkt aber davon ab, dass man nicht weiß, was man machen wollte, weil man abgelenkt war. Gib Ronin, 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 Ronin. So, Vivi, jetzt hast du einen Keller. Was denn? Jetzt hast du einen Keller. Cool. Ähm, wo hast du den denn hingebaut, wenn ich fragen darf? Da, wo vorher deine ganzen großen Erdbecher waren, die irgendjemand aufgebuddelt hat. Die sind jetzt nicht mehr da. Oh, krass. Warte, ich komme gleich mal da nach unten. Bastet zwar gerade noch ein bisschen, aber... Keep rolling, rolling, rolling. Wir können das Arbeiten in zwei Wochen fertig haben. Perfekt. Hm. Living in a Viva, loca. Outside, inside, outside. She's living in a Viva, loca. She push and pull you down. Living in a Viva, loca. Her lips are never red. And the skin is a golden look. Why? Why? Hey, es gibt doch ein Block große Bilder. What? Hast du schon vergessen, dass wir es mittlerweile fucking umständlich gemacht haben und du dir erstmal an der Wande mit einer Schablone die Größe abstecken musst? Muss ich das... Ja, musst du leider. Ach, weil Glas als ganzer Block gilt, Glasscheiben. Die gehen übrigens immer nach rechts, soweit es geht, und danach nach oben oder so. Es muss echt schwer sein, einfach auszuwählen, welches Bild man haben möchte. Weißt du, einfach so mit meinem Mausrad durchscrollen. Was hättest du gern als Motivende? Das wäre so meine Lösung, aber hey, ich bin ja nur ein Spieler, ne? Bist du ja nur die Zielgruppe. Was dich blicken lässt. Hier, Wu hat auch alles schön. So, jetzt gehen wir kurz in den Keller. Viva, loca. Oh Gott, wie... Ich stream schon wieder vier Stunden? What? What? Minecraft Fristzeit. Ja, ich merk schon. Das hab ich jetzt auch nicht erwartet. Can it be so awesome? Meine Schafe sind schon wieder zu blöd, um Wolle zu bekommen. Das ist okay. Und wirst du es wohl bekriegen? Mhm. Das hier ist gerade mein Hirn. Warte, ich gucke gleich. Dein Gehirn ist Pudding. Ist es dieser tanzende T-Rex mit der, äh, mit, mit, mit dieser Sonnenbrille im Regenbohr-Hintergrund? Nein. Und wenn ihr glaubt, wir haben schon genug Tiere? Watch this. Warte. So. Jetzt haben wir noch einen. Jetzt haben wir einen Welpen. Oh mein Gott. Oh, die Robben! Ja, das ist mein Hirn gerade. Ich liebe die Robben. Ja, die Robben sind niedlich, aber das ist gerade mein Gehirn. Das ist nicht produktiv. 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 Alleine die Musik im Hintergrund ist super. Das klang gerade so ansatzweise wie Megalovania. Ja, nee, war aber nicht Megalovania. War nicht mega. Kennst du dieses eine Video mit dieser bouncenden Robbe, die einfach einwittenden durch die Stadt hüpft und was es ich weiß? Ja. Das kenne ich. Gut, dass wir uns bestehen. Außerdem, deswegen habe ich ja auch so viel Platz in diesem Haus. Na? Gotta take a look to take me away. Hat nichts damit zu tun, dass Kirio so viel Platz einnimmt. Nein. So, warte mal. Wo ist denn? Na, wo ist denn? Autsch. Oh, warte mal. Das werde ich hier noch mal ein bisschen abdecken. Das gefällt mir noch nicht ganz. Fuck. Okay, ähm. Ah! Ah! Wieso ist hier überall Kobbel? Was ist denn passiert im Leben? Gobbel, Gobbel, Gobbel. Gobbel, Gobbel, Gobbel. Gobbel, Gobbel, Gobbel. Gobbel, Gobbel. Gobbel, Gobbel, Gobbel. Den Eingang habe ich noch nicht gemacht. Deswegen ist am Ende überhaupt Gobbel. Hä? Aber da ist doch eine Treppe. Ja, aber ich... Habba-babba-babbel. Den Rand habe ich da nicht gemacht. Habba-babba. Gobba-babbo. und tut mir so leid das kann ich euch jetzt schon mal sagen hier kommt ein leuchtturm ist es ist das sage ich euch jetzt schon fucking leuchtturm mal der klopapier rolle das schlimme ist dass er den joke kennt das schlimme ist dass wir uns genau verstehen ja hallo lieblingsmensch ein riesen kompliment dafür dass du mich so kennst so warte mal jetzt mal rein da hab ich beide mal gesagt wie sehr ich dieses lied hasse was du gerade genannt hast warum es hat so diese eine stelle die so out of place wirkt einfach wo sie einfach nur anana macht es ist wirkt wie so ein absoluter lückenfüller was es wahrscheinlich auch ist hat es einen sinn dass toby mcguire oben links im bild hat toby mcguire ein sinn der typ aus dem sumpf das ist genau das worauf ich gehofft habe dass endlich mal jemand die wichtigen fragen des lebens stellt dass endlich mal wer fragt was macht eigentlich toby mcguire in diesem senario und die bessere frage ist wieso an dir das ist das falsche wieso habe ich noch mehr davon das ist warum habe ich noch viel mehr toby mcguire und wann habe ich das noch nicht schon längst rausgenommen das sind die wichtigen fragen typ aus dem sumpf du wirst weit kommen aus deinem sumpf sehr weit toby is love toby is mcguire so von oben sieht wie wie es tempel getönt schon abenteuerlich aus das ist ja auch oben und oben ich will die gerade mal drüber gucken wir mal so die landschaft an wie sie mittlerweile ist das ist halt so ein bisschen toby mcguire rechner ich meine ich ich gebe mein bestes was denn mit jay jona jameson und rest den musste ich ersetzen für den joke hier als wir in der hölle waren und ich doom abgespielt habe musste ich für den joker setzen es müssen manchmal opfer gebracht werden ich weiß nicht was heute mit dem los ist ich bin heute so vermiemt vermiemt ja das klingt nicht gesund damit solltest du zum arzt sonst ersetze ich das fest und wenn wir haben einen schleichenden vermieme ich habe gut was gemacht heute ich habe gut was erledigt und das sieht jetzt auch mal einiges schön aus vor allem ist das haus jetzt komplett basically also es kann eingerichtet werden ich habe sogar ein aquarium auch wenn die fische echt derb am abspacken sind es ist bewohnbar so in etwa ja sorry maxi gamer du kommst genau zum falschen zeitpunkt jetzt gerade